Seid mir gegrüßt, werte Edelleute. Willkommen zu einem etwas außerplanmäßigen Stream. Ich geb's ja zu, heute mal auf YouTube. Ja, heute mal auf YouTube, weil der Medienmensch von Welt muss ja auch immer wieder neue Dinge testen. Und entsprechend tun wir das heute. Hallo, wie geht's euch? Heute gibt es Crusader Kings 3, die neue Erweiterung. Vielen Dank an Paradox, die diesen Stream unterstützen. Und wir werden heute versuchen, so legendär wie möglich zu werden. Denn es gibt zwei neue Mechaniken heute. Eine davon ist, wir können große Legenden aufstellen und uns damit brüsten. Wichtig, gut und richtig. Und es gibt die Pest. Die uns vielleicht holt davor. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht so ist. Dass das einfach nicht so ist. Hallo, wie geht's euch? Wie geht's euch? Alina, es tut mir leid, du hast einen Schraubenschlüssel und nicht dein Schwert. Ich weiß, euch armen Mods wird viel zugemutet. Vor allem heute, vor allem für Crusader Kings würde das Schwert halt schon deutlich besser passen. Muss ich offen zugeben. Aber schön, so viele von euch hier direkt von Twitch wiederzuerkennen. Hallo Mira, hallo Blackie, hallo mein Albtraum, hallo skeptischer Nano. Hallo, Sissi, hab ich auch schon gesehen. Joey, ich bin so verwirrt. Da sind sie alle. Wie geht's euch? Hallo. Sie ist, sie ist, hier ist, ne, hier ist sie tatsächlich die seriöse Johanna Pirka auf YouTube. Nicht die alberne Joey Prink, sondern die seriöse Professorin, ähm, Johanna Pirka. Das, äh, hast du uns Wissenschaft mitgebracht? Hast du uns Wissenschaft mitgebracht, Joey? Das, das frage ich mich jetzt da. Äh, und, und manche von euch, ähm, sind leicht anders. Strange Lady ist a Strange Lady. Ja, ja. Warum soll ich eigentlich nicht über 1080p, wenn wir schon auf YouTube sind? Das ist ein guter Hinweis fürs nächste Mal. Meine Assets gehen eigentlich bis 1044p hoch. Das stimmt, das könnte man eigentlich nächstes Mal machen. Habe ich jetzt offen gestanden schlichtweg nicht dran gedacht. Aber, ähm, Base CK3 Enjoyer. Ja, ja, natürlich, natürlich. Also, es ist ja, ne, und es ist übrigens nicht das einzige CK3, was es diese Woche geben wird. Es wird auch am Sonntag auf Twitch ein Multiplayer-Event von Gaius geben ab 14 Uhr. Deswegen, ne, also, CK3 mal wieder, es wurde mal wieder Zeit. Es wurde mal wieder Zeit. Und heute haben wir einfach mal ein Reinspielen in die neue Erweiterung. In die neue Erweiterung. In der Hoffnung, sehr legendär zu werden und nicht unterzugehen davor. Heute noch Kaiser Maurice. Äh, finden wir raus. Finden wir raus. Wenn man in YouTube auf 1044p reingeht, sollte man auch das bessere Transcoding bekommen. Wird sich also doppelt lohnen. Okay, okay. Nehme ich direkt mit. Aber das ist ja ein bisschen tatsächlich genau der Punkt, dass es sicher nicht verkehrt ist, YouTube-Streaming auch schon mal zu lernen, liebe Leute. Ne? Nur für den Fall der Fälle. Medienplattformen kommen und gehen. Manche von ihnen treffen manchmal dumme Entscheidungen. und deswegen tatsächlich ein paar Dinge fehlen. Absolut. Zum Beispiel auch Emotes. Ähm, man kann ja eigene Emotes auch auf YouTube hochladen. Da muss man, wenn ich das richtig weiß, auch eine Kanalmitgliedschaft anbieten. Und dafür sollte dann vielleicht auch mehr geboten sein als Emotes für sehr unregelmäßige Livestreams. Also es gibt ähm, verschiedene, man kann da ja verschiedenste Perks anbieten. Ich hab ehrlich gesagt da auch schon mal drüber nachgedacht. Aber kann man nicht mal das parallel machen. Das geht auch. Letztes Mal wollte Restream nicht so, wie ich will. Wann ist das Mikro schärfer als ich? Warte mal. Ich kann natürlich ganz weit, das ist Quatsch. Ist das besser? Ich hab hier keinen Narren-Emote. Er wird nie eine einzige Nachricht von mir sehen. Ich bin chancenlos. Ja, ich werd dich ab jetzt einfach ignorieren, Alina. das stimmt. Das ist absolut richtig. Du kannst quasi nicht mehr auf dich aufmerksam machen. Das ist hart. Besser. Ja, wunderbar. Gut. Dann jetzt sind die Züge des Lords scharf. Sehr gut. Das wollen wir für unsere ne. Wenn man legendär sein will, dann ist das ja auch notwendig. So. Also, ich würd sagen, wir gehen auch direkt rein. Ich hab mir ein paar Dinge überlegt, wie wir heute spielen. Und wie wir so legendär, wie es geht, werden können. Wir schauen einfach mal. So. Ein Format-Hört-Stream wäre natürlich auch was gewesen. Ja, aber der Fairness, aber man muss halt priorisieren. Ich bin auch nur ein Mensch mit einem Stream am Tag und Crusader Kings 3 hat dann doch Priorität für mich. So ehrlich muss ich dann sein. So ehrlich muss ich dann sein. Aber habt ihr Format-Hörtch auf dem Schirm? Das ist ja ein eher so Rollenspiel. Wobei Crusader Kings ist ja, finde ich, auch Rollenspiel. Deswegen da sind wir. Da sind wir. So. Ich hab mir ein bisschen überlegt, was wir heute spielen. Und ich habe mir überlegt, dass wir natürlich also es es gilt ja heute so glorreich wie möglich zu werden. Es gilt ja heute so glorreich wie möglich zu werden. Und deswegen habe ich mir einen Start rausgesucht, wo man schon ein wenig mit Legenden beginnt und noch mehr Möglichkeiten hat welche zu bekommen. Dass wir innerhalb von einem Tag hier so viel mit den Möglichkeiten spielen können wie es geht. Und dafür habe ich mir La France ausgesucht. Wir werden einen einen eitlen großen französischen König spielen, der noch größer und prächtiger werden will. Denn wenn du als einer der Karlinger anfängst, hast du schon die Legenden Option das Vermächtnis Karls des Großen. Das heißt, du trägst schon allein das ist Privileg. Das ist Privileg. Du trägst schon allein ob deiner Herkunft Legenden Potenzial in dir und hast dann noch eine weitere potenzielle Legende, die du anstreben kannst, nämlich das Reich wieder vereinen und all deine komischen Mitbewerber hier aus dem Weg zu räumen. Bitte also auch mit französischem Akzent durchgängig sprechen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich sehe es schon im Chat. Sacre bleu. Ja, ja. Mes amis, comment ça va? Deswegen werden wir jetzt hier, wir basteln uns aber natürlich unseren eigenen König. Wir ersetzen Karl den Karlen mit einer etwas prächtigeren Gestalt und und schauen dann mal wie es wird. Die sind alle verwandt. natürlich sind sie alle verwandt. Das ist halt, wie das mit mittelalterlichen Erbstreitigkeiten ja funktioniert haben. So. Das heißt, wir nehmen diesen Mann, aber wir ersetzen ihn. Und immer alles auf die Briten schieben, ganz richtig. Ja, wir kämpfen in diese Richtung zwar, aber am Ende sind die da oben schuld. Natürlich, natürlich. Gibt es noch die Legende von Karl? Ja, witzigerweise schon. Ich habe das getestet. Wenn du dir einen eigenen Herrscher machst, dann hast du immer noch die Herkunft von Karl dem Großen. Wir sind jetzt also irgend so ein selbst erfundener Rendo. Aber wir sind trotzdem ein Erbe einer glorreichen Dynastie. Wenn wir ihn hier ersetzen. Kleine Raubzüge nach Britannien schaden nie. Ja, ehrlich gesagt, was mich immer am meisten anlacht auf dieser Karte, wenn ich mit Frankreich spiele, ist dieses arme, unschuldige Landzipfelchen Britannie. das halt einfach komplett wehrlos ist gegen das hier. Also die haben glaube ich mit die ungünstigste Startposition im ganzen Spiel. Ne? Ranger, hallo, wie geht's dir? Hast du es auch schon gespielt? Wir waren ja alle ein bisschen mit Rasterlot eingenommen. Gestern konnte man es ja schon spielen, ich glaube ab 18 Uhr, aber da waren wir ja alle noch mit anderen Erbstreitigkeiten und Dynastien beschäftigt. Maurice, der kleinere Nachkomme von Karl dem Großen. Hm, hm. Es heißt, Kleinbritannien muss allein deshalb beobert werden. Ja, das stimmt. Unabhängiges Reich, das lässt sich auch leicht ändern. So, also, wie gesagt, wir können hier unseren eigenen Herrscher basteln. So, wie, wie, wie nennen wir den ehrgeizigsten, legendensüchtigsten, prugsüchtigsten, selbstverliebtesten Franzosen, der je gelebt hat. Also, nicht nur Franzose eigentlich, er ist Franzose, aber ich glaube, er ist auch arroganter als jeder Deutsche, der je gelebt hat und jeder Brite, der je gelebt hat. Er ist halt einfach an der Spitze der Welt sieht er sich und da sind Nationalitäten eigentlich gar nicht so wichtig, wenn du eh allen überlegen bist. Warum nicht als Herrscher der Britannien anfangen, ist anderem richtig zeigen. Weil ich die Legende von Karl dem Großen haben will, um diese Mechanik direkt. Einfach Maurice. Ja, da bin ich jetzt selbst reingerannt, oder? Das ist natürlich ein französischer Name. Ja. 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 In dem Fall Napoleon. Ja, dann heißt er einfach Maurice. Ja, gut. Ja. So, also an der Dynastie ändere ich jetzt glaube ich nichts, aber eigentlich habe ich das getestet und du hast dann die Maurice Le Magnifique. Das finde ich gut. das finde ich sehr, sehr gut. Ja, das ist auch noch eine Alliteration. Ähm. Finde ich schon mal sehr wertvoll. So, also, wir machen ihn relativ jung, damit wir möglichst weit kommen. Ne? Ähm. Was sind wir denn? Wenn wir richtig selbstverliebt sind. Also, wo sehen wir unsere Pracht? Intrige, Charisma, Geld oder das Schwert? Maurice Lempaleur, Maurice der Pfähler, Maurice Le Tisserand, Weber auf Französisch. Ihr habt gute Ideen, ihr habt sehr gute Ideen. Beziehungsweise, ich würde eigentlich erstmal halt, ich mache es eigentlich, ich habe es eine Weile nicht mehr gespielt, ähm, wir machen das andersrum. Wir machen erst die Persönlichkeit und schauen dann welche Eigenschaften uns das gibt. Natürlich sind wir arrogant. Das gibt uns einfach nur Prestige. Ehrgeizig könnten wir auch sein. Na gut, das hilft uns auch nicht, das ist in allem gut. Ähm. Exzentrisch. Das Verhalten dieses Charakters wird von anderen als unberechenbar und unvernüftig angesehen, doch sein Wahnsinn scheint Methode zu haben. Das ist glaube ich das Neu, oder? Also nicht unbedingt mit dem DLC, aber das gab es noch nicht immer. aber auf jeden Fall ist es wirklich ehrgeizig. Wir wollen ja eine große Legende schaffen. Aber Exzentrisch ist natürlich auch ganz cool. Was gibt uns denn das? Das gibt uns Minus Diplomatie plus Bildung. Will ich eigentlich gar nicht unbedingt, weil Bildung hat finde ich am wenigsten sonst mit dem zu tun, was wir was wir wollen. Man könnte noch gesellig sein, muss nicht unbedingt sein. Wir könnten ungeduldig sein, weil wir jetzt legendär werden wollen. Gierig können wir natürlich auch sein. Oder unersättlich. Die Eigenschaft von Mimo ist auch wieder. Was? Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist quasi gar nicht wahr. Stur wäre auch noch eine Option, weil er sich unbedingt durchsetzen will. Ja. 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 Ich finde, oh, das ist ein guter Punkt, Theorak. Ich finde Bildung gut, wenn du nur gute Bücher über dich hinterlassen willst. Wer schreibt, schreibt Geschichte. Das ist natürlich ein Punkt. dass er sehr gebildet ist. Er hat viele Legenden gelesen und will jetzt die eigene schreiben. Kann man Tapfer und Feige gleichzeitig nehmen? Nee, es gibt Sachen, die sich ausschließen. Zum Beispiel kann ich jetzt nicht mehr demütig sein, weil ich schon arrogant bin. Es scheint, liebe Mods, als würde der Bot jetzt doch funktionieren. Ihr seht es. Ich bin begeistert. Ich habe den gestern eine Stunde getestet. Anscheinend ist er nicht geneigt, das zu machen in Teststreams, sondern wenn man wirklich öffentlich live ist. Aber da ist er. Fantastisch. Mit Ausrufzeichen CK3 ruft ihr einen Command auf, mit dem ihr zur Erweiterung kommt, wenn ihr selbst Bock drauf habt. Ich bin begeistert. Okay. Ich habe das extra... Gestern ging es nicht. Heute geht es wohl. Man lernt. Man kann keine Befehle geben. Nee, das ist... Ihr seid alle verwirrt. Nee, das ist tatsächlich eine... Das ist ein anderes Konto. Also der YouTube-Bot ist auch Stream-Elements, aber es ist ein eigenes Konto. Der übernimmt die Sachen nicht. Was halt schön ist. Command geht nicht. Okay. Aber gut, der Timer funktioniert. Das Re... Da ist was. Seht, es funktioniert alles. Es ist alles perfekt geplant. Es ist alles perfekt geplant. Ähm... Ja, dann... Ich würde sagen, lasst uns doch... Dann lasst uns doch... Den exzentrischen gebildeten nehmen. Das finde ich auch eine nette Geschichte. Er hat... Er hat Legenden gelesen und will jetzt selbst eine sein. Das finde ich gar nicht so doof. Dann... sind wir natürlich auch in Bildung gebildet. Wir sind ein meisterhafter Philosoph. Ich weiß nicht, ob ich gelehrtes Orakel will. Das kostet arg viele Punkte. So. Aber ich glaube, wir geben uns relativ ausgewogene Werte. Damit wir in nichts so richtig scheiße sind. Auch wegen Ehrgeiz und sowas. Das passt schon gut zum Ries, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was du mir damit sagen willst. Ich weiß, Grails Knight, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Lass uns mal ein bisschen noch für die Verwaltung vielleicht hochschrauben, dass wir Geld verdienen. Das ist knapp. Reicht nicht ganz. Naja, haben wir 395, das geht schon. Können wir uns noch eine Tochter geben? Wie viele Punkte kostet das? Auch 10. Okay, dann... bringt es was für dich über deinen Link zu gehen? Tatsächlich bringt das was? Ehrlich gesagt weiß ich nicht. das hängt immer auch davon ab, wie es gewertet wird, aber diese, ähm, oh, die Kamera, ja, die verstieben wir eh gleich noch, ähm, weil, in Crater müssen wir gleich noch mal ins Spiel gehen. Dann sehen wir es noch mal. Äh, jetzt. muss ich gerade so ins Team gehen auf der O-Link. Es ist vollkommen okay. Niemand soll sich verpflichtet fühlen, auf irgendwas zu klicken, aber tatsächlich werden solche Links getrackt. Ähm, deswegen, dafür gibt es sie ja. Deswegen ist das auch ein Maurice-CK3-Link und nicht irgendein beliebiger. Ähm, also die werden schon getrackt. Das bringt den Leuten was, wenn da jemand draufklickt. Ähm, aber es ist nicht essentiell. So, ähm, wir müssen noch ein bisschen prächtiger aussehen. Äh, so. Lass jetzt erstmal irgendein Standard-Gesicht nehmen und dann passen wir noch ein bisschen ihn an. Ja, der vielleicht. So, und dann können wir nämlich hier noch so ein wenig ein wenig prächtig werden. Irgendwie so richtig schön gewellte, wallende Locken braucht er, finde ich. Oder irgendwie sowas. Oder sowas. Oder so. Alter Berserker. Nein, das klingt jetzt nicht richtig. Ne, das, das finde ich gut. Schaut, schaut. Nikola, hallo. Hallo. Und noch irgendein, ein fränkischer Adligenbart. Das klingt doch schon mal gut. Oder ein würdevoller, oh Gott. wieder der Maurice-Simulator, da habe ich vermusst. Chat-Delay lässt sich noch runterstellen, sagt Nikola. Ja, Lass mich mal schauen. Ich weiß nicht, ob man das während dem Stream noch ändern kann, ehrlich gesagt. Aber ich gucke mal. Weil eigentlich wollte ich überhaupt kein, äh, Delay haben. Aber... Ah, ne, das geht nicht währenddessen. Das geht hinterher. Gut, wir lernen weiter. Genau dafür ist das ja ja auch da. Wir lernen, wie die Dinge funktionieren. Wow, YouTube, weißt du, das Erste, was mir YouTube gerade gibt, hier oben rechts? Jetzt wäre eine gute Zeit, Werbung einzufügen. Ne, vielleicht auch nicht YouTube. Vielleicht auch einfach nicht. Also, was, was gibt's noch so? Wow. Ich bin ja, gut, der, der ist halt, finde ich, immer noch ganz nett, weil, weil er zu diesen langen Locken passt. Aber eigentlich... Ich meine, ein, ein Karolinger Schnurrbart ist doch was, oder? Ich finde das gut. Ich finde das gut. So, Hautfarbe auch noch irgendwie so ein bisschen, was machen wir da? Wo ist denn die, die Komplexion? Das ist einfach noch ein bisschen, hier, Hautbeschaffenheit, dass er noch etwas weniger kränklich aussieht. So vielleicht. Ich finde das, das, das ist doch hier, der sieht doch schon mal aus wie eine Sagengestalt. Jetzt muss er nur noch eine sein. so. Gibt einen automatisierten Werbeeinspieler, der ist aber ziemlich fies und aufdringlich. Das habe ich auch gesehen. Das, das hat, das hat ja Twitch auch und YouTube auch. Und die sagen alle, ey, es ist voll geil. Wir machen das voll unaufträglich an passenden Pausen. Und ich nur so press X to doubt. Vielleicht. Oder? Also, press X to doubt. Äh, die, die Augen natürlich noch. Ja, Moment. Ähm, Alina, es tut mir leid, das Narren-Emote kann nicht mithalten. Das ist absolut richtig. Ähm. Oh, hier haben wir noch ganz viele Augen. Gut, man kann halt ewig reingehen. Aber, wir wollen ja auch spielen. Aber, äh, grün, grüne Augen. Grün für den Neid, den er verspürt. Auf andere Legenden. Ich fordere 10 Minuten Werbung zu schrabbeligen Pick-up-Artist-Webinaren. Weißt du, was das coolste ist, Prinen? Ähm, das kann ich dir auch einfach so geben. Also, komm, komm in meine Gruppe, Junge, dann zeige ich dir, wie das echte Grindset funktioniert. Dann zeige ich, wie du, wie du was aus dir machst. Wie du dich über die ganzen NPCs erhebst. Und endlich jemand wirst. Wie du respektiert wirst. Sollte dich ernst nehmen. Und weißt du, was du machen musst? Du musst Crusader Kings 3 spielen und eine Legende schreiben. Weil da fahren sie alle drauf ab. Komm in meine Gruppe und ich zeige dir, wie es geht. So. Ich finde den gut. Ich finde den gut. Maurice Le Magnifique de Aprement vom Königreich Westfranken. ein edler Gentleman. Man sieht hier immer so kacke aus in dem Charakter-Editor, wenn du dieses gammelige Hemd nur hast. Aber ich finde, der wird schon prächtig sein. Der wird schon prächtig sein. So. Wieso kann ich Maurice gerade nicht ernst nehmen? Ich weiß auch nicht. Also, Prinen, das hast du jetzt ja auch selber... Warum sagst du jetzt arg? Du bist selbst schuld. Das hast du doch jetzt selber... Maurice hatte wieder so einen kleinen Moment. Ja, liebes YouTube-Publikum, ich streame übrigens auch regelmäßig auf Twitch. Maurice Weber auf Twitch, wenn ihr mehr von diesen Momenten wollt, kommt in meine Gruppe. Oh Gott, wir starten jetzt. Das wird immer schlimmer. Auf geht's. Ähm. So, ist alles richtig. Christentum, Katholizismus, Französisch. Ja. Äh. Auf geht's. Oh, oh, schaut euch das jetzt aber an. Mit diesem Outfit dann? Das ist doch, ne? Ahaha, also. Mit so einer goldenen Toga. Das ist doch hier ein Gentleman, aus dem Legenden gemacht werden. Das, das ist es doch wohl. So, schaut ihn euch an. Also. Sieht immer noch scheiße aus. Was? Meine eigenen Mods. Meine eigenen Mods verraten mich. Wie immer. Das ist ja, also bitte. Also, wie kannst du es wagen? Wie kannst du diesen perfekten Gentleman anzweifeln, Lakuza? Das ist ja, ähm. So, und was wir jetzt hier haben, und das ist neu, schaut. Äh. Wir haben hier Legenden. und zwar ein, ein Legenden-Same ist das. Eine entstehende Legende. Die Grundlage einer Legende. Wenn man sie nutzt, können Herrscher eine Legende werden. Und andere verdienen sich das durch Taten. Wir einfach nur durch, wir sind halt so geboren. Ne? Man andere müssten einen großen Religionskrieg gewinnen, Kaiser werden. Wir dagegen sind halt einfach ein Erbe von Karl dem Großen. Vor dieser Dynastie herrschte einst der bedeutende König Karl der Große über dieses Land. Und die Mitglieder der Dynastie nehmen für sich in Anspruch direkte Nachfahren des kaiserlichen Geblütssein. So, also natürlich müssen wir jetzt und wir kriegen dann dadurch Boni. Ne? Wir werden bekannter. Wir kriegen mehr Verwaltung. Wir kriegen Prestige. Und unsere Baronien entwickeln sich besser und das Volk liebt uns. so. Es gibt noch keine anderen Legenden in der Welt. Wir können die schon unsere reine Existenz ist legendenwürdig. Genau das ist es nämlich Mira. Genau das ist es nämlich. Und wir können die dann gegen Geld weil alles Geld kostet in dieser Welt erschaffen. müssen dafür aber mindestens illustrer sein. Wir sind aktuell bekannt. Was halt ja ne? So. Das heißt unser Ziel für heute ist einerseits natürlich diese Legende für uns zu nutzen und andererseits vielleicht noch eine zu schaffen. Zum Beispiel man kann Kaiser werden und wir haben ja sogar hier die Grenzen der Karolinger die wir wieder herstellen können. Da müssen wir auch illustrer sein. Wir müssen das Großkaiserreich Franzien den Titel haben und diese verschiedenen Regionen hier kontrollieren. Das Karolingische Frankenreich Friesland Lothringen Bayern Ah ok da muss man recht das ist vielleicht für einen Abend bisschen viel aber wir können es ja probieren das ist auch noch da kriegt man hier auch einen heldenhaften Legenden Samen und das müssen wir jetzt alles irgendwie hinkriegen Ah übrigens es gehört auch das Königreich der Britannien natürlich zum Kaiserreich Franzien dazu natürlich ich habe es ja bereits angedeutet so und jetzt nochmal kurz die Kamera verschieben hier weil schaut bei Crusader Kings das ist so dumm das hier ist oder auch hier ist der beste Ort für die Kamera weil hier wird dieses Fenster nicht verdeckt so jetzt müssen wir erstmal natürlich ein bisschen unsere Geschäfte in Ordnung bringen wir haben am Anfang jeder Crusader Kings Partie und zwar erstmal oh nein dann müssen wir noch einen zweiten Abend CK3 spielen wie furchtbar ja ich mute euch einiges zu ich mute euch einiges zu wann gibt es endlich mal Facecam freundliche Spiele Nikola ich bin so deiner Meinung das ist das ist das ultimative Streamer Privileg ne das ist das ultimative Streamer Privileg aber ich fände es cool wenn Spiele einen Streamer Interface Modus einbauen würden wo es nativ einen Platz für Webcam gibt das ist vielleicht auch konkret ein Strategiespieler Problem bin ich ehrlich aber bei Spielen wie CK3 also bei Paradox allgemein merkst du halt echt die benutzen jedes fitzlichen Bildschirm für Interface und das Problem ist halt auch nicht immer weil da denkst du zum Beispiel ach hier unten ist ja nix ich könnte ja vielleicht hier unten die Kamera hinsetzen aber dann schlägst du eine Schlacht und das Interface für die Schlacht poppt genau unten auf es ist Leute niemand hat es so schwer wie die armen Streamer niemand hat es so schwer wie die armen Crusader Kings Streamer das ist die Moral der Geschichte so rechts unten ist nicht viel dran doch da kommen doch immer die ganzen Meldungen wenn du ultra weit schwimmen würdest wäre Platz da ja gut aber da sind die meisten Plattformen nicht drauf ausgelegt so also Lebenswandel natürlich Bildung weil in dem sind wir ausgebildet so machen wir Schwerpunkt Schwerpunkt auf Gelehrsamkeit würde ich sagen das wissen jener die uns vorangingen das wissen jener doch leben und das wissen die andauernden Wahrheiten ja denn wir haben viele Legenden gelesen vor allem über Karl den Großen so und Fortschritt Kulturinteresse vielleicht weil wir sind ja glaube ich sogar Kulturanführer der Franzosen leider finde ich halt auch wirklich die den Bildungsskill Tree nicht so supergeil ne aber nehmen wir mal das Spiel ist halt auf Herrschaft ausgelegt und will damit deinen ganzen Bildschirm kontrollieren ja offensichtlich so was haben wir noch alles wir können ein Prachtturnier oder eine Prachtreise abhalten wir sind nicht verheiratet wir sind über der Domänenschwelle ok also es gibt noch eine neue Mechanik die Legitimität unser Recht zu herrschen unsere Vasallen erzeugen Legitimitäts Erwartungen und von euch wird erwartet dass ihr diese erfüllt ist ja dreist höhere Legitimität gewertlich eine Reihe von Vorzügen und niedrige Legitimität würde euch das herrschen erschweren das ist auch eine neue Mechanik Bildung kann broken sein ja Bildung kann super sein vor allem in manchen Multiplayer Events habe ich zumindest Vorteile mir errungen dadurch dass ich sehr auf Bildung gegangen bin und und dadurch länger gelebt habe als die erste Generation der anderen Charaktere ich habe es dann trotzdem in den Sand gesetzt dieses Video gibt es auch auf YouTube aber es ist schon nicht verkehrt so Legenden erzeugen auch Legitimität man kann sie auch verlieren wenn man Kriege oder Titel verliert oder Seuchen das Land verwüsten das da kommen wir vielleicht auch noch dazu zu Seuchen Oh wenn man Gefangene freilässt kriegt man das auch okay Legitimitäts Ansicht finden wir unten links hier ist sie anerkannter Herrscher 2 von 5 kurze Herrschaftsdauer okay das heißt dann Leute wollen uns weniger heiraten weniger unser Vasall werden das ist eine neue Mechanik die so ein paar Sachen zusammenfasst die bislang einzelne Mechaniken waren wie zum Beispiel die kurze Herrschaft finde ich aber ganz cool aber wir verlieren ja keine Kriege natürlich nicht Ole weil wir der größte Herrscher sind so das wird sich wahrscheinlich gleich noch aktualisieren wenn ich das Spiel starte aber vor Pause im Crusader Kings sollte man immer mal seine ganzen verschiedenen Geschichten durchgehen Königshof kenne ich schon wir können Hof halten ich will aber nicht Prachtturnier und so tun wir erstmal weg das ist für später kein Spielererbe nicht verheiratet das müssen wir gleich lösen kein Hof kein Hofarst unser Fürstbischof mag uns auch nicht dann fangen wir direkt mal an uns bei unserem Fürstbischof Jean von Westfranken einzuschleiben der ist natürlich komplett inkompetent wie Bischöfe irgendwie immer sind in diesem Spiel ich weiß auch nicht warum warum ist denn der Fürstbischof von Franzien hier sechs Bildung ich ich als sein König bin mehr als dreimal so gebildet wahrscheinlich hasst er mich deswegen wahrscheinlich hasst er mich deswegen und weil ich auch ehrgeizig bin das ist natürlich eine schlechte Kombination er ist ehrgeizig und kann nichts ich bin ehrgeizig und kann was deswegen hasst er mich das ist absolut nachvollziehbar aber wir versuchen uns bei ihm einzuschleimen dann ich muss glaube ich einmal starten mit ein paar Sachen sich aktualisieren ähm ich habe nicht viele Ritter ich habe ja gar nichts und unser Vasall Herzog Hugo erwartet einen Ratsposten kannst du irgendwas du kannst halt nichts Herzog Hugo von Anjou das ist halt das Problem du kannst halt nichts und du hasst mich sowieso warum sollte ich dir einen Sitz in meinen alle hassen sie mich in meinem Rad das ist suboptimal das wird sich überhaupt kein Problem werden die können auch alle nichts Herzog Bernhard mein Ratsspitzel hat sechs Intrige nur der nur der der Marschall kann was der hat 21 Militär okay okay das das wird das wird alles überhaupt gar kein Problem Leute ich starte jetzt einmal kurz dass das Spiel die ganzen Stats aktualisiert Moment sagt er jetzt hier ich glaube wir haben einen lustigen Bug erschaffen die Herrschaft der Karolinger Dynastie ist zu Ende weil ich ja keiner bin sondern selbst erster Charakter aber trotzdem haben wir noch das Erbe von Karl dem Großen weil ich halt einen ersetzt habe der das hatte schön das ist vollkommen okay das ist absolut logisch nachvollziehbar jetzt heißt das Königreich von Westfranken halt einfach Frankreich aber wir sind immer wir können diese Legende immer noch benutzen sehr schön das ist ja auch voll das ist mehr will ich ja gar nicht mehr wollte ich ja gar nicht so also unser Bischof findet uns immer noch scheiße es wird alles gut werden Leute jetzt erst mal finden wir ein holdes Eheweib finden wir ein holdes Eheweib am besten eins das uns ein mächtiges Bündnis gibt ne anscheinend nicht hier haben wir eine mit eine zweijährige mit unglaublich vielen Ansprüchen worauf hat die alles Ansprüche wer ist das auf auf einiges okay ja gut starke Bündnismacht finden wir gerade nicht dann lasst uns natürlich die besten werte nehmen was ist die kompetenteste frau der welt Ute ist die zweit kompetenteste frau der welt sie ist sadistisch fleißig und hinterlistig das kann ja auch gar nicht schief gehen das kann ja gar nicht schief gehen und kness hier ist die kompetenteste aber 20 davon in bildung das habe ich ja selber gut ich glaube dann ist Ute wahrscheinlich die Frau der Wahl so ist ihre Dynastie nicht die mit den ganzen von den künftigen Frankreich Königen ja ich glaube schon das ist die Robertin Dynastie aber wir sind ja selbst schon König diese ganzen Ansprüche wir haben wir haben ja genug davon selbst aber sie hat hier wirklich Anjou Turenne ich meine das soll alles Sachen innerhalb von Frankreich weitgehend die haben wir eh schon das brauchen wir nicht ich bin nur froh dass du ja natürlich es ist die inneren werte Leute oder halt eigentlich 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 sollte unser Charakter ja auf Prestige Zuwachs gehen das wäre hier aber ist halt einer aus der Karlinger Dynastie wobei wir sind ja nicht Karlinger Dynastie wir sind ja eine eigene die können halt leider gar nichts bei Adelheid Karling ist okay und Hildegard Karling schon auch und Ermentrude Karling hat sogar ganz okaye Werte dadurch kriege ich halt 400 Prestige das ist glaube ich was unser Charakter machen würde er nimmt von denen jetzt natürlich die mit den besten Werten oder hier Bertha Robertin hat auch noch die ganzen Ansprüche die ihre zweijährige Schwester auch hat gibt es noch eine 200 Prestige das ist nichts das wollen wir nicht das wollen wir nicht ich finde Ermentrude Karling die hat okaye Werte 15 6 10 6 2 oder Hildegard 9 9 10 4 4 nimmt sich glaube ich nicht viel insgesamt Ute war eine bürgerliche aber nichts zu suchen ja also guckt euch unsere mal an wir heiraten in die Karlinger Dynastie ein Ermentrude ist demütig gesellig und zornig während Hillegard ist gerecht oh sie ist auch exzentrisch komm dann nehmen wir die gerecht exzentrisch treuherzig das klingt nach einer tollen Frau so wollen wir auch direkt eine Prachthochzeit schon oder ja auf jeden Fall so das wird uns jetzt viel Geld kosten dann sollten wir einen Hofchronisten einstellen haben wir schon einen oh Gott wir haben wir haben überhaupt keinen kein der irgendetwas taugt dafür da müssen wir noch jemanden finden gut und dann dann haben wir noch zu viele Domänen das heißt die schwächsten geben wir ab es sind vier wo eh Sachen deaktiviert sind dann lasst uns doch mal hier das an irgendwen geben sonst gehen wir auch unter die Domänenschwelle weil wir dürfen ja nicht mehr regieren als wir dürfen was auch suboptimal ist ähm gibt es ja einen Ratsmitglied das stimmt das habe ich zwei schon das ist absolut richtig ähm am besten auch an die kompetenteren Ranulf und Bernard ne aber eigentlich an Herzog Anzo der uns gar nicht mag Herzog Anzo der schreckliche von Gascog das ist absolut richtig der sollte das bekommen die sind eh wertlos wenn er rebelliert hat er nichts davon ähm das ist absolut richtig komm schon fantastisch und dann noch der eine der uns der uns richtig scheiße findet weil wir weil er keinen Ratsposten hat Herzog Ugo na der ist halt auch leider in nichts kompetent warte ob es die Welt eine Frau einschließt in den Domänen stimmt eins können wir vielleicht behalten absolut richtig so und hier können wir noch einen Vasallen übertragen das war mein Ratsverwalter übertragen wir ne Graf Joffrey weil der nicht unser legitimer Vasall ist oder warum ist das so ja machen wir gut gut erst mal gucken wie es mit unserer Frau aussieht das stimmt vielleicht bringt die uns bisschen höher ich freue mich auf die versprochene Prachthochzeit versucht mich nicht zu enttäuschen wow ja ich meine das machen wir natürlich direkt Prachthochzeit planen das wird dann auch direkt unsere Vasallen ein bisschen begeistern und uns legitimer machen was ja auch wichtig ist zum Glück erwarten unsere Vasallen auch noch nicht viel von uns so also wir könnten auch eine Bluthochzeit machen aber wir wollen ja hier wirklich heiraten so wir machen das natürlich in unserer Hauptstadt Paris Vorsatz Erholung nee was ist unser Vorsatz Legenden Legendenverbreitung wäre toll aber wir haben noch keine Legende ah das hätten wir machen können das hätten wir machen sollen Diplomatie ausgewählter Charakter ein Ziel ein Ziel verführen jemanden umbringen können wir uns mit irgendwem diplomatisch gut stellen wer ist der stärkste von denen und natürlich sollte es hier hier der ist doch in Spanien das ist unser spanischer Nachbar da unten gut der ist relativ schwach können uns vielleicht mit unserem eigenen Ratskanzler gut stellen der uns immer noch hast sortieren nach das geht doch auch ne wir können nicht nach nach Truppen sortieren oder mit der Britannie wie gesagt die hier will ich ja alle unterwerfen deswegen will ich nicht nett zu ihnen sein gut der mag uns auch nicht weil er mehr Legitimität von uns erwartet ich glaube fast es bringt uns jetzt am meisten uns mit unserem eigenen Vasallen gut zu stellen auf der Hochzeit das klingt vielleicht albern aber die anderen sind eh alle nicht so stark der hat 700 Truppen und ist auch sieht auch nicht aus als würde er auch sehr lange leben natürlich heiraten wir nur aus Liebe ja natürlich sei lieber nett zu den Ostfranken bis die noch dran sind dauert es noch das kann das stimmt zwischen uns sind ja noch andere Feinde wir können uns mit denen gut stellen der ist 61 bis wir die angreifen ist wahrscheinlich sowieso schon sein Erbe auf dem Thron das ist absolut richtig so wir brauchen auch keine Reisezeit weil wir sind schon da wir sind ja schon da so wir können uns auch entscheiden wie prächtig wir es machen wollen natürlich maximal geht das ne leider oh puh also wir müssen ein bisschen gucken was macht uns bei unseren Vasallen am beliebtesten erhöhter erhöhter meinst du was bei allen anwesenden charakteren das werden ja hoffentlich alle meine guten Vasallen sein und und Unterhaltung bringt uns Prestige okay das sind die beiden wichtigen Sachen das können wir uns sogar leisten großartig dann sind wir eine eifrige frohe Natur trotz der Kombination ich habe CK3 echt vermisst ich auch ich auch ich gebe es offen zu das geistlose Bemühen von Herzog Anzo das ist der Typ der uns auch noch scheiße findet erinnern wir uns Herzog Anzo der schreckliche unser inkompetenter Ratskanzler hat er hat den Anspruch von Sultan Nurhamet auf Barcelona anerkannt ja das wird sich überhaupt keine Probleme bereiten kleines Bündnis mit Ostfranken dann Lothringen zerquetschen dann Ostfranken so es hat Tradition ja Tradition ist ja wichtig Tradition ist ja wichtig was Hochzeit annulliert warum ich hab da 350 für ausgegeben das Spiel sagt mir nicht mal warum hä aber wir sind auch schon noch verlobt hat jemand ne idee warum die Liebe ist ja noch da 450 Gold schade ja what ein Gast ist in den Krieg gezogen es ist verpackt du kannst nicht mal ich kann ja noch heiraten ich muss halt nochmal neu anscheinend die heirat arrangieren was ja jetzt haben wir halt normal geheiratet aber wenigstens eine königin da ist eine fehler ja wirklich das war halt all unsere mittel haben 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 wir haben wir diese hochzeit gesteckt das vielleicht sollte ein Mundschenk dienen der ihr nicht gefallen hat was ist das denn das ist ja also der Hochzeitsplaner war ein Con-Artist ja offensichtlich ja das ist doch Bild für die Legitimität und so ne tja weil eigentlich erwarten unsere mächtigen Vasallen halt vier Legitimität wir haben aktuell zweieinhalb das ist schon sehr witzig aber ich keine Ahnung habe warum das passiert ist ja das könnte uns jetzt echt noch Probleme machen was die Legitimität angeht ne also offenbar selbst mit unserer tollen Frau ne kriegen wir nicht die siebte Domäne ist auch okay wir könnten sie noch auf Verwaltung umstellen aber ich soll lieber alle unsere Werte buffen dann geben wir das hier noch einem anderen Ratsmitglied das uns warum magst du uns immer noch nicht vielleicht können wir es dem Bischof geben geht das überhaupt ich glaube nicht ne 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 mal, dann hast du uns vielleicht ein bisschen weniger. Du bist aber in Hochzeits-Scam reingefallen. Ja, offensichtlich. Das ist ja schrecklich. Ja, das dürfte jetzt natürlich auch die Sammlung der Legende ziemlich verzögern. Weil die kostet ja Geld und wir müssen das Prestige erhöhen. Was jetzt beides ein bisschen schwerer geworden ist. Was gerade? Irgendeine Frau, die hier zu Gast ist, versteht sich super mit meiner neuen Frau. Äh. Ich sollte ihre Bindung fördern, um sicherzustellen, dass der Besuch gut verläuft. Ich halte mich da raus. Die beiden könnten Freunde oder sogar Liebhaber werden. Das ist ja schlimm. Ja, das wird schon nicht passieren. Das ist ja hier... Sind Freunde geworden. Das geht ja. Okay. So, wir haben Hofartefakte, die wir noch zur Schau stellen können. Für mehr Pracht. Ja. Schädelkappe von Karl dem Großen. Schaut mal. Dann mögen mich meine mächtigen Vasallen auch ein bisschen mehr. Gut. Das wäre wie im wahren Leben. Einmal heiraten, scheiß mal pleite. Naja, also ich... Man hätte ja auch natürlich etwas weniger als sein ganzes Vermögen in die Hochzeit stecken können. Das gebe ich ja offen zu. Jetzt... Ja, jetzt sagt mir der Schwede doch noch... Schau mal, du kannst doch noch ein Prachtturnier abhalten. Eine Prachtreise. Ja, ich weiß. Aber... Aber eigentlich nicht. So, immerhin unser Hofpracht steigt. Gibt uns das eigentlich Legitimität? Ich finde einen ein prächtiger Hof. Wir können auf einen gelehrten Hof wechseln. Dann sind Höflinge... mögen uns mehr... Nee, lieber... Ich lebe lieber hier, dass unsere Ratspilierer uns später mehr mögen. Das ist, glaube ich, gerade wichtiger. Also, das ist halt wirklich... Eine... Eine... Das ist halt... Das ist ein Problem. Prachtest du den mit Schockpferd, oder was? Also, ähm... Wir haben keinen Hofarzt. Wir haben immerhin einen durchschnittlichen. Unser Ritter Aethelred. Der findet uns auch nicht gut. Noch geht's uns ja gut. Gelehrtenhof wäre angemacht, dass man nicht wieder abgezogen wird. Nee, das ist nie passiert. So, wir gehen nochmal aufs Ganze mit dem... Mit der Bischofsüberzeugung. Ja, sehr gut. Bald mag der uns. Dann kriegen wir... Dann kriegen wir mehr Geld und wir dann Kirchensteuern bekommen und können diese Katastrophe wieder gut machen, die hier über uns hereingebrochen ist. Kein Arzt und das bei Seuchen. Ja, die Seuchen ist vielleicht ein neues Feature, aber es wird hier alles nicht passieren. Chroniker brauchen wir. Ja. Da war halt nur wirklich... Die sind alle schlecht. Da brauchst du jemanden, der Diplomatie und Bildung gut kann. Finden wir da vielleicht jemanden? Mein Bischof geht auf die Jagd. Prestige und Legitimität. Komm, das machen wir. Brauchen wir. So, wir nehmen... Wir haben wirklich ein komplett inkompetentes Hofgefolge. Irmintrude d'Orléans. Du bist immerhin durchschnittlich. Führe du die Karawane an. So, die Route sieht auch okay aus. Die geht nicht durch irgendwas super Gefährliches. Reiseoptionen. Das ist ja alles normal, ne? Ein Prozent Gefahrenrisiko. Da geben wir jetzt kein Geld aus. Auf geht's. Ja, ich wollte gerade schauen. Ähm, die Frauen am Hofe. Absolut richtig. Ich wollte jetzt gerade schauen... Ob wir hier... Ich meine, Chronisten können auch Frauen sein, oder? Wir können auch mit einem männlichen... Höfling... Eine kompetente Frau... Uns suchen. Dieser Ritter hier zum Beispiel. Wir brauchen jemanden mit Diplomatie und Bildung. So, Blanche hat 16 Bildung. Perrin hat 10 und 13. Das sind schon die Besten, die es gibt. Puh, die... Ja, sie ist die Beste. Der... Also, der Pool in meinem Lande ist offenbar... Nicht gesegnet an begabten Menschen. Derweil schleime ich weiter den Bischof. Was lobe ich? Seinen ungebrochenen Mut. Seine... Seine Diplomatie, lobe ich. Komm. Ich bin in einem sonderbar aussehenden Zelt vorbeigekommen. Und ein noch sonderbar aussehender Bewohner befindet sich im Inneren. Kommt herein, oh mächtiger König. Ich kann sehen, dass noch viele Meilen vor euch liegen. Und für einen bescheidenen Preis könnte ich die noch vor euch liegende Reise wahrsagen. Ja, ich... Kann der was? Kann ich in einen Hof... Oh, der hat 18 Bildung. Ja, komm in meinen Hof. Und er ist ein weiser Mann. Das könnte doch ein kompetenter Arzt sein, vielleicht. Die ist auch immer noch schlecht. Die... Sagt mal. Werde ich hier durchweg verarscht? Ich hab die jetzt hier an den Hof geholt. Und sie ist ungelogen dümmer geworden dadurch. Die hatte doch vorher mehr Bildung. Oder... Oder war es die andere, die 16 hatte? Ich glaub, es war... Ne, die andere hatte 16. Sie hatte auch eine... Aber es ist immer noch schlecht. Man braucht jemand... Anscheinend... Wenn alle schlecht sind, ist niemand schlecht. Dann soll meine Königin bitte die Chronik schreiben. Komm. Wenn alle schlecht sind, ist niemand schlecht. Denk mal drüber nach. Nein! Ich weigere mich, darüber nachzudenken. Wir haben... Ein Lager aufgeschlagen. Gut. Erfolgschance 10%. Das wird ja super. Keinen dummen Witz machen. Keinen dummen Witz machen. Ja, ja. Was ist unser Vorsatz auf dieser Jagd? Anfreunden. Mit dem mächtigen Vasallen, der uns hasst. Komm. So, wir können derweil mal... Ein bisschen Geld investieren, um... Um in Paris... Mehr Geld zu verdienen. Ne, wir können uns nicht mal ein Gebäude leisten in unserer Hauptstadt. Das ist eine Katastrophe, Leute. Das ist... Ja, haben alles Geld in dieser Hochzeit geballert. Okay, also... Die Jagd geht los. Fürst Bischof Hinkmar wird versuchen, den Hasen zu beizen. Harmlos und bringt wenig Prestige. Warte mal, das sind ja die Fürstengebäude. Augenblick. Ich bin derweil bei meinem Bischof und sortiere seine Bücher für ihn, weil ich so viel gebildeter bin als er. Das wird sicher seine Freundschaft für mich bringen, oder? So, also, was wollte ich in Paris machen? Ich wollte ein normales Gebäude bauen. Jagd geht weiter. Herzog Hugo, der Typ, der uns hasst, beleidigt einen anderen Vasallen von mir. Seht euch dieses widerwärtige Schwein an. Ähm. Ihr benehmt euch wie ein Kind, also werdet auch bestraft wie eines. Ich könnte jetzt wirklich mit dem Gürtel verprügeln. Graf Thibaut, bist du irgendwie mächtig oder wichtig? Nee. Dann bin ich jetzt einfach voll auf der Seite von ihm hier. Obwohl er ein Arsch ist. Ha, Thibaut läuft rot an, wie eine Runkelrübe. Ja, alles, alles für die, für die Einschleimerei. Ach, hier Paris hat einfach zwei Fürstengebäude. Deswegen, das waren nur die teuren Slots. So, ich habe ihm mit seinen Büchern geholfen. Hier habe ich noch 73% Erfolgschance. Beim Speisesaal kann ich ihm auch noch helfen. Ähm, wie sieht man... Äh, diese Jagd. Es ist Zeit. Wo kann ich hier noch... Gebäude für mehr Geld bauen? Hier. Krankenstifte gibt mir Seuchenwiderstand. Naja, aber es wird schon alles gut gehen. Immer wieder stößt mein Falke auf ein Beutetier herab, doch stets verfehlt er sein Ziel. Jagd schlägt fehl. Hatte auch nur eine Erfolgschancen von 10%. Weil die Jagd eine erzwungene Jagd war. Also das ist ja nicht meine Schuld. Der hat uns einfach zu einer schlechten Jagd eingeladen. Ich finde, das ist dem seine Schuld. Der Fürstbischof ist der Meinung, ich habe alles ins Chaos gestürzt und den Speisesaal ruiniert. Ich hatte 73% Erfolgschance. Jetzt billigt er mich nicht mehr. Was willst du von mir? Alle, also... Da klappt ja gar nichts. Bei der Jagd kehren wir mit leeren Händen zurück. Aber wir haben ein bisschen Prestige und Legitimität bekommen. Und sind jetzt ein Jäger, immerhin. Ich meine, ein Jäger kann man ja auch sein, ohne erfolgreich gejagt zu sein, zu haben, oder? Bisschen Prestige, bisschen Legitimität. Was will man eigentlich mehr? Das kann kein Last-Epoch-Falke sein. Das stimmt. Das ist richtig. Wir sind in einem Gebiet angekommen, wo ein örtlicher Lokalheld angebetet wird. Wenn wir diese irre Lehre niederreißen, dann billigt uns unser Priester wieder. Wir können quasi damit wieder gut machen, dass wir seinen Speisesaal ruiniert haben. Ja, finde ich gut. Also, es ist wirklich alles eine Katastrophe. Ihr habt keinen Hofarzt. Kann wenigstens dieser neue Typ da, den wir angeworben haben... Auch nicht, nee. Hä? Humbert, ein christlicher Dramatiker, plant eine Aufführung. Der Eintrittspreis ist hoch. Doch es könnte die einmalige Gelegenheit sein. Ja... Meine albernen Kommentare werden immer erst vorgelesen, wenn ich sie schon wieder vergessen habe. Und ich denke die ganze Zeit, ey, wer schreibt denn so ein Blödsinn? Oh, wait. Alina, vielleicht ist der Delay, den wir heute haben... Für dich auch leersam, auf diese Art und Weise. Also, es ist ja bislang immer gut gegangen, viel Geld für Prestige auszugeben. Auf geht's. Also, der ist ein okayer Hofarzt. Ja, komm, also auch nur durchschnittlich, aber wir nehmen ihn. Während ich mir ansehe, wie sich das Stück vor mir entfaltet, wird mir rasch klar, warum Humbert als literarisches Genie so bekannt geworden ist. Die Prosa, die Darbietung, all dies gibt mir das Gefühl, als würden sich die Ereignisse unserer heiligen Schriften vor meinen Augen abspielen. Als wäre ich dabei, um das Werk von Gott selbst zu ergründen. Als das Stück zu Ende geht, bin ich allein mit Humbert. Ihr müsst mir beibringen, die heiligen Schriften und so, wie ihr es tut. Das kostet Geld. Aber ich... Ich hab... Wenn ich ihn jetzt anbettle, mir was beizubringen... Dann hab ich direkt einen Nervenzusammenbruch, weil ich so arrogant und ehrgeizig bin, dass ich das nicht ertragen würde. Deswegen muss ich sagen, ich könnte etwas Besseres schreiben. Dann muss ich mich jetzt ihm in einer Bildungsherausforderung stellen. Ein eigenes... Von mir verfasstes christliches Theaterstück. Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich geschworen habe, die minderwertige Arbeit von Humbert zu übertreffen. Und noch während die Tinte meiner Schreiber trocknet, bewundere ich meine Eigenreaktion. 2000 westfränkische Nächte. Oh Gott, das klingt nicht sehr christlich, ehrlich gesagt. Es ist eine Arbeit, die meiner bescheidenen Meinung nach die Bezeichnung Meisterwerk verdient. Es stellt sich nur noch die Frage, wer die Hauptrolle spielen soll. Natürlich ich selbst. Ich könnte es jemand anderen spielen lassen, aber dann auch dann raste ich wieder aus. Ich bin einfach so arrogant, dass ich in allem der Beste sein muss. Und ja... Okay. Also das erste war Bildung, ne? Da hab ich 24. Da kann es schon sein, dass ich gut gegen Humbert bin. Das ist jetzt eine Diplomatie-Herausforderung. Da hab ich nur 11. Das könnte vielleicht auch schlecht ausgehen. Ich atme tief durch und bereite mich auf die Aufführung meines Stückes vor. Voller Gewissheit, dass es tadellos sein wird, da ich hier bin, um die fromme Botschaft zu überbringen. Ich versuche die ersten Zeilen zu lesen, verschlucke mich aber sofort an meinen eigenen Worten, die sind restgefühllos vor, ohne mich an meine eigenen Texte zu erinnern. Das Publikum verzeiht mich nicht und beginnt rasch, mich mit Pfiffen zu verhöhnen. Vielleicht ist die Schauspielerei nichts für mich. Das ist ja der größte Versager, der hier ein Königreich angeführt hat. Da klappt ja gar nichts. Der Stream geht jetzt schon über eine Stunde und es hat literally noch nichts funktioniert. Das ist ja... Ich glaube, wir müssen irgendwie Anspannung verlieren. Können wir irgendwie... Ein Festmahl vielleicht. Wir können... Wir bauen ja gleich in einem... Na hier, die Getreideäcker. Da ist dann Festmahl billiger. Dann können wir das da machen. Aber auch nur 10%. Aber trotzdem. Das ist ja eine Katastrophe. Du machst das super. Danke. Danke. Wir sind unter der ermahmeten Legitimität aller Vasallen. Geil. Vielleicht müssen wir einfach mal irgendwas erobern. Leider können wir nicht den Titel hier uns beanspruchen. Hofarztbehandlung haben bessere Ergebnisse. Ich glaube, das brauchen wir. Sonst werden wir bei der ersten Krankheit sterben. So. Kann denn der Rat irgendwas tun gerade... Was irgendwem hilft? Ja, wir können... Ah, wir können einzelne Vasallen begeistern. Aber inzwischen mag uns der Rat immerhin. Vielleicht aber mal noch... Herzog Hugo von Anjou. Das gibt uns auch Prestige. Macht das mal. Hier haben wir überall noch die falsche Kultur zum Teil. Leute, es wird immer schlimmer. Meine Frau hat ein Kind erwartet, aber sie verhält sich so komisch. Bin ich wirklich der Vater? Ich werde die Sache diskret... Also Leute, ich will das jetzt mal festhalten. 90% Erfolgschance. Ich will das jetzt nur festhalten, weil wir alle wissen, was passieren wird. Aber trotzdem. Unbegründet. Okay. Leider hat sie von meinem Verdacht Wind bekommen, ist nun höchst enttäuscht von mir. Natürlich habe ich euch die ganze Zeit über vertraut. Also hier haben wir baskische und okzitanische Kultur noch. Aber das ist so viel, das kriegen wir jetzt auch nicht Schritt für Schritt beeinflusst. Gut. Also, die Bretagne. Wie kriegen wir die Bretagne erobert? Wir können mal erhoffen... Ja, jemand will uns huldigen. Immerhin. Wir kriegen ein bisschen Gold. Er hat versucht, unsere Sprache zu üben, kann aber nicht. Und ich kann jetzt nicht nett zu ihm sein. Wenn ich ihm sage, eine lobenswerte Anstrengung ist, ist keine einfache Sprache. Dann drehe ich durch. Weil ich habe schon 70 Anspannung. Und ich bin so arrogant, dass Nettigkeit einfach nicht drin ist. Also muss ich mich über ihn lustig machen. Was ihn richtig... Das haut ihn richtig weg. Das senkt seine Legitimität. Aber gut, ich kriege trotzdem Geld und Prestige. Also pfeif drauf. So, also. Versuch doch mal... ...einen Anspruch auf die Bretagne zu fingieren. Es gibt ein paar Kriege, die ich erklären kann. Herzog Ugo will die Steuern gesenkt haben. Nein, nein. Also, ich kann... ...Graf Johanna von Markia angreifen. Diese Insel hier, oder was? Aber nur für Vasallen, nicht für mich selbst. Eine weitere Jagd! Ja, probieren wir es. Aber ich glaube, ich komme da nicht rechtzeitig hin, ne? Aktivität... Aktivität... Das ist ein bisschen nervig an diesen, ähm... ...an diesen Aktivitäten. Du kriegst diese Einladung... ...und es geht so schnell... ...dass ich jetzt schon nicht mehr rechtzeitig geklickt habe... ...um da zu sein. Und ich habe noch nicht, somit ich das Reisetempo erhöhen kann. Wenn ich ungeduldig wäre, könnte ich mich einfach beeilen. Das müsste einfach pausieren, ne? Bei anderen Sachen pausiert es ja. Aber hier nicht. Wir haben inzwischen auch... ...immer noch keinen... ...besseren Karawanenführer. Hm. Nicht rechtzeitig geklickt. Was soll das? Ja, das ist schade, weil eigentlich könnte ich das Prestige und die Legitimität... ...gut gebrauchen. Aber gut. Muss ich ablehnen. Bringt ja eh nix. So, gibt es noch irgendwelche Titel, die ich schaffen kann, was irgendwas... ...ääh... ...an Sinn ergibt? Was halte ich denn für Titel? Königreich von Westfranken, Aquitanien... ...Grafschaft Ile-de-France ist Teil von... ...Herzogtum von Voila. Das könnte ich mal erstellen. Das gibt mir auch Legitimität. Gibt mir Prestige. Kostet aber auch eine Menge Geld, was ich eigentlich gerade gar nicht so habe. Aber eigentlich wollen wir ja Prestige und Legitimität sammeln. Ja, das machen wir schon. Oh, Seuchen. Was? Seuchen-Ausbreitung in der Nähe. Die Pocken von Emia al-Athir. Oh. Ja gut, ist ja noch ganz Spanien dazwischen. Die kommt sicher nicht zu uns hoch, oder? Das... Okay, die Seuchen haben eigene Eigenschaften für verschiedene Grafschaften. Ähm... Ja, das wird schon alles. Hier sieht man alle Seuchen auf der Welt. Die angelsächsischen Pocken. Okay, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem Franzosen passieren könnte. Schaut euch mal an. Hier... Also, hier ist eine über uns. Und hier ist eine unter uns. Das... Das... Aber das... Das... Das wird schon. Das... Das wird schon alles, oder? Okay, Lothringen und Italien sind verbündet. Alle sind mit Italien verbündet. Also Lothringen angreifen wird auch toll. Wir können mal schauen, was wir für ein Bündnis bekommen. Wenn ich, ähm... Wenn ich ein Kind habe, was ja jetzt anscheinend bald soweit... Da ist sie! Meine Tochter, mein Erbe! Wie nennen wir sie denn? Wie nennen wir sie denn? Prinzessin Irmintrud, die ist jetzt nach ihrer Mutter benannt. Und bald sind beide in Frankreich. Nein, nein, das kann gar nicht sein. Das kann quasi gar nicht sein. Entschuldigung, ich habe hier gerade auf was bei YouTube geklickt. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich eine Abstimmung machen kann. Ich muss mal kurz hier nochmal schauen. Weil gefragt wurde, welche Seuche mich zuerst erreicht. Ne. Sehe ich hier gerade nicht. Das geht, glaube ich, irgendwie, aber... Doch. Starter Pole. Da geht das. Welche Seuche erreicht mich zuerst? So, und wie hießen sie? Moment. Okay, jetzt müssen wir die Tochter benennen. Magnitude finde ich gut. Das... Das... Magnitude. Das passt zu uns. Möge es so stark und weise werden. So, also wir haben die Pocken des Emirs. Und die angelsächsischen Pocken. Gut. Gut. So. Hier haben wir jetzt... Müssten wir eine Abstimmung haben, welche uns zuerst erreichen. Äh, ihr seht sie hier jetzt nochmal. Die angelsächsischen Pocken müssten halt übers Meer kommen. Ne. Sind aber eigentlich näher dran. Sonst... Und die Pocken des Emirs müssen sich halt noch durch Spanien fräsen. Also beide haben eine Herausforderung, um uns zu erreichen. Anscheinend seid ihr eher der Meinung, dass die Seuche übers Meer kommt. Gut. So, jetzt wo wir eine Tochter haben, können wir doch sicher ein Bündnis schmieden. Direkt. Ja. Ja. In der Tat können wir das. Mit dem Erben des byzantinischen Kaiserreichs. Das finde ich gut. Das finde ich gar exzellent. Ja, dies ist, äh, angemessen. Der ist ja auch recht schnell in Italien. Wenn wir da mal irgendwie reinrollen wollen. Das finde ich großartig. Wir machen diesmal keine Pracht-Hochzeit, weil wir es uns nicht leisten können. Er wird keine Materialien der Heirat annehmen. Dieses, diese sexistische Dreijährige. Leider. Komm, das, das ist doch was. Er hat den Titel König der Schönheit und Vornehmheit. Wie hat er den denn bekommen und wie kriege ich ihn? Das ist ja großartig. So, also. Was für ein Bündnis. Schaut. Also, das ist der direkte Erbe. Ich weiß gar nicht, warum der Ältere nicht der direkte, weil es eine Prozessin ist. Nee, Prinz Konsta. Warum ist der nicht der Erbe? Landlos. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist, dass dieser Sechsjährige aufs Meer verbannt wurde. Aber ich meine, im binzertinischen Kaiserreich, muss man so ehrlich sein, war halt auch, ne, gab's raue Sitten, was Erbfolge und so angeht. So, wir können mal noch unser Kriegsvolk stationieren. Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Gebäude haben, wo die irgendeinen Bonus bekommen, glaube ich. Aber sie kriegen doch immerhin grundlegende Boni. Unser stärkstes. Kommt, halt. Kommt natürlich nach Paris. Der Jüngere ist Born Purple in Byzanz geworden, somit der wahre Erbe. Ah, okay. So, also wahrscheinlich, wie immer, sollte man auch natürlich die Katapulte ein bisschen verbessern. Aber wir haben noch Zeit, bis wir in den Krieg ziehen. Also, wenn wir Lothringen jetzt angreifen, sind wir mit Byzanz stärker. Jemand will uns exotische Waffen... Das Schöne ist, wir sind so arrogant, dass wir auf Scharlatane nicht reinfallen. Das ist auch mal ein Vorteil. Ach, wir können da gar nicht jetzt angreifen, weil wir... So, Herzog Bernar will nicht, dass wir uns einen Anspruch auf die Britannia sichern. Das ist eine Unverschämtheit. Nee, wir können gar nicht irgendwie einen richtig krassen Anspruch machen. Okay, doch, wir können... Halt. Ah, ich brauche eine Brille. Ich verkaufe alles, was ich nicht lesen kann. Bringt Geld, verliert Anspannung. Ist eigentlich nicht verkehrt. Also, Prinz Pepin, der Zweite, hat Anspruch auf ganz Italien. Aber dann ist er ja nicht mehr mein Vasall. Und Graf Rudolf hat auch Ansprüche auf ganz Italien. Okay. Aber Italien hat halt zwei Bündnisse, die können wir gar nicht gescheit angreifen. Oh, wir müssen noch eine Amme anstellen. Und unsere Tochter natürlich auch zu unserem Mündel machen. So. Vielleicht mal etwas Seuchenwiderstand. Ja, noch sind die weit weg. Das wird schon alles. Pädagogik, jetzt wo wir Kinder erziehen. Zwei Leute werden Freunde, weil sie sich so sehr vollfressen und mich dabei Lob preisen. Das ist ja fantastisch. Da setze ich mich dazu und verliere die Anspannung. Perfekt. Da ist die Anspannung jetzt wieder weg. So, also wir brauchen wirklich immer noch mehr Prestige. Um unsere komische Karolinger-Legende hier. Oh, es gibt, es gibt jetzt eine. Mein Ratsmoralherzog Berner hat ein neues Werk verfasst. Und hat es mir gewidmet. Aber das Gedicht wird zu 64% verspottet. Zeitvoll Gedenken. Selbst die mächtigsten Menschen wären nicht ewig auf Erden. Und doch hofft man auf gute Worte nach dem Sterben. Nur selten gesteht sich ein Menschenkind, dass all seine Erlassenschaften nur Unrat sind. Also bislang habe ich halt wirklich nur Unrat hinterlassen. Bislang habe ich wirklich nichts von Wert auf der Welt hinterlassen. Wir müssen mal auch hier, wir müssen uns glaube ich mal für den Krieg jetzt schon mal vorbereiten. Lasst uns, lasst uns Ritter einladen. Lasst uns mal gucken, haben wir schon Ritter? Hier irgendwas taugen. Der Ratsmarschall sollte vielleicht keiner sein. Der Ratskanzler? Ich meine, der ist nicht mal gut. Wenn der stirbt, stört es mich eigentlich nicht. Der Ratsverwalter ist auch nicht gut. Der Hofarzt sollte vielleicht kein Ritter sein. Der Ratsspitzel ist auch Mist. Hier, aber ihn können wir... Der Ratskanzler ist witzigerweise ein... ein besserer Ritter, als er ein Ratskanzler ist. Die sind aber auch alle nicht so toll. Da will ich jetzt eigentlich niemanden auszeichnen, ehrlich gesagt. Wir warten mal. Wir können mal gucken, ob wir irgendeine Höflingsdame haben. Hier die Karawanenführerin zum Beispiel. Ne, die ist schon... Die ist... Ist die gerade weg? Ne, die will gleich gehen. Gandalfr ist gekommen. Der hat 16 Kampfstärke. Ja, das ist doch immerhin etwas. An den Hof rekrutieren. 60. Naja, geht schon. So, die hier, sie hat schon... Sie ist auch schon verheiratet. Was? Ist aus irgendeinem Grund Karl der Karle, den ich sonst gespielt... Was ist denn das? Das ist der König, den ich sonst gespielt hätte. Und der ist noch im Land und jetzt mit meiner Karawanenführerin verheiratet. als ein landloser Gemeiner. Der halt natürlich all diese Ansprüche hat. Er hat sogar Anspruch aufs Heilige Römische Reich. Was? Ja, nun, aber ich kann ihn nicht an den Hof einladen, weil er mich dafür zu wenig mag. Obwohl er sogar mit einem Höfling von mir verheiratet ist. Wenn ich mich ein bisschen mit ihm anfreue, das würde, glaube ich, nichts bringen. Ähm. Ähm. Das ist ein bisschen albern. Okay. Lasst uns weiter unsere Grafschaften ausbauen und mehr Geld verdienen. Ein Übungslager zum Beispiel, dass Prachtturniere billiger sind oder eine Kaserne. Können unser Reisetempo um ein Prozent durch Stallungen verbessern. Ne, wir nehmen lieber erstmal mehr Geld, glaube ich. Einfach weiterhin. Okay. Okay. erst mal mehr Geld. Ratsverwalter ist erledigt. Und Herzog Gautzfried taugt sogar was in dem Bereich. Der neue mächtige Vassal. Ja, großartig. Warum magst du mich nicht? Kulturakzeptanz. Der Fürstbischof will, dass ich immer ein Buch kaufe. Ne. Ich habe gerade all mein Geld ausgegeben. Herzog Anzor Unabhängigkeitsfraktion geschaffen. Das ist ja, was willst du denn? Okay, der Ritter ist gut. 33, also, äh, 23. Wobei, jetzt ist er schon wieder. Komm, machen wir. Ja, ein paar gute Ritter, das kann, glaube ich, echt nicht schaden. So, was ist mit den Fraktionen hier? Halt, falsch, Königshof. Ne, wir können Sachen, Artefakte finanzieren, aber ich, ich gebe jetzt gerade nicht noch mehr Geld in Sachen, die eh nicht glücken. Das ist keine gute Idee. Byzance will, oh, dass ich mich im, dem Religionskrieg um das Scheichtum Sizilien anschließe. Ja, gut. Warum nicht? Krieg ist ja auch ein Weg, legendär zu werden. Ich meine, es ist halt für uns völliger Quatsch, da hinzugehen. Aber, aber, ne, es ist ja für die Ehre unserer Tochter, die Erbe, Erbin von Byzanz ist. Vielleicht können wir ja sogar Ruhm erringen. Also, auf! Können, können wir auch den Typen? Warte, wo sind Fraktionen nochmal? Hier. Herzog, Bernhard von, Herzog Anzo, das ist doch der. Ja, der führt das hier direkt an, die Armee. Fantastisch. Und wir haben einen Sohn. Wir nennen ihn natürlich nach uns. Maurice, der Zweite. Gefährliche Fraktion. Okay, wenn die jetzt gleich Stress machen, dann können wir gerade noch nicht in den Krieg. dann lasst uns die Armee nochmal auflösen. Vielleicht können wir uns mit ihm hier noch irgendwie anfreunden. Ich weiß übrigens auch nicht, woher der Name Gandalfr kommt. Das scheint irgendein nordischer Name zu sein. Oh. An den unversorglichen König Maurice Le Magnifique von Westfranken. Ihr habt gewiss schon die frohe Botschaft von meiner Legende vernommen, oder? Es wäre nur schicklich, wenn ihr anderen davon erzählt. Man kann auch die Legenden von anderen Leuten fördern. das heißt, er zahlt uns dann was. Die Legende ist der wackerste Ritter. Dann kriegen wir Prestige und Kriegsführung. Das könnte jetzt gerade ganz gut werden gleich. Wenn der Typ uns gleich angreift, ne? So, was machen die mit dieser komischen Fraktion? Das klingt nicht nach dir. Ja, aber gerade brauche ich, glaube ich, die Boni. Aber es stimmt schon. Rollenspielmäßig hätte ich die jetzt eigentlich nicht fördern sollen. Weil das ja jemand anderes ist, ne? Also. Dieser Religionskrieg schafft Byzanz das eigentlich auch ohne mich gut? Wahrscheinlich ja. Trotzdem dürfen wir dem nicht ewig fern bleiben. Der nach wie vor nur so gut lesen und schreiben wie der durchschnittliche Dorftrottel. Ich werde die französische Dichtkunst ehren, um ihn zu inspirieren. Er wird die Worte lesen, die von seinem König stammen. Ja, oder? Er ist ja Ratsverwalter, also soll er Verwaltung lernen. Ja, finde ich gut. Ich habe einen Anspruch auf die Grafschaft von Nantes bekommen. Oh, ich habe jetzt ist das jetzt Jetzt habe ich hier einen Anspruch auf zumindest einen Teil der Britannien. Wir sind auch wir sind allmählich auf dem Weg zu Ilustra. Aber eigentlich, wie gesagt, müssten wir halt einen fetten Krieg führen. Das ist Gautsfried direkt gestorben. Das gibt es doch nicht. Einmal ein kompetenter Ratsverwalter und er stirbt einfach direkt. Der nächste ist natürlich viel schlechter. Komm, ich nehme jetzt lieber einen kompetenten. Hier, der Herzog Hugo von Anjou ist auch ein mächtiger Vassal. Der mag mich zwar. Weil der ist auch nicht so kompetent. Nee, der hier. Herzog Bodevant. Der ist kompetent. Hier haben wir eine Jagd. Sehr schön. Da können wir uns anschließen. Es gibt einen Wald mit bisschen Gefahr. Können wir uns aber Waldpirscher anheuern. Und auf geht's. Wenn er stirbt, kann er so kompetent nicht gewesen sein. Das ist ein Verwalter. Das hat doch über seine Kompetenz nichts zu sagen. Er war sicher sehr gut im Münzenscheffeln und so. So, ich bin sicher, diese Jagd wird super ausgehen. Nachdem die vorherige eine Katastrophe war. Wie sieht es mit den Seuchen aus? Sind schon wieder weg. Schön. Graf Beringer. Ich habe ein Druckmittel gegen ihn erhalten. Ist das einer von denen bei der Fraktion? Die Jagd-Erfolgschance auch wieder eine Katastrophe. Okay, wir schauen. Nee, Anzo und Bernard sind die hier. Warum bist du dabei? Du magst mich sogar. So, diese Jagd hat eine höhere Erfolgschance. Vielleicht kommt da was bei raus. Vorzüge verfügbar. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier drauf. Ansprüche kaufen. Und ich kann den Papst um Geld bitten. So, wir jagen den Hasen. Auf geht's. Oh oh. Eine Seuche hat sich im Bistum von Nontrand aus... Oh Gott. Da haben wir das Pustelfieber. Nun bei uns. Hofarzt. Kannst du was dagegen tun? Seuchen bändigen. Ja. Mach das doch mal. Also, der Typhus senkt all uns... Oh Gott. Gesundheit katastrophaler Malus. Also, wenn das uns erreicht, wird der Charakter relativ sicher sterben, glaube ich. Bei dem Glück, das er bislang hatte, wird er wahrscheinlich einfach sterben. Es gehört auch nicht mir. Das ist ein Vasall. Das ist ein Tempel. Kann ich da überhaupt irgendwas bauen? Ich kann hier Krankenstifte bauen. Seuchen Widerstand. Aber halt in einem... Wir warten erst mal ab, ob das wirklich noch zu mir kommt. Leute. Das haben bestimmt die Briten mitgebracht. Ja, bin ich sicher. Aber immerhin die Jagd ist erfolgreich. Doch, ist doch auch was. Wir sind etwas besser auf der Jagd geworden. Wir haben einen Hasenfuß erlangt und etwas Prestige. So, unsere Legitivität ist immer noch nicht da, wo sie sein sollte. Wir müssen jetzt wirklich mal selber ein bisschen wieder Events machen. Hier, Graf Berengar. Zahl mal mehr Steuern. Ich kann einen Ritter auszeichnen. ihn hier zum Beispiel. Ich könnte auch Gandalf auszeichnen. Aber ich glaube, wir nehmen Rani hier. Schaut euch den an. 23. Was für eine Recke. Und zwar Armee Schaden plus 10%. Das ist relativ geil. Und neben Auszeichnung und Attribut Vorreiter macht die Armee schneller. Das ist auch ganz geil. Umgekehrt, wenn ich Vorreiter zuerst nehmen würde. Hätte ich auch Bewegung. Ah, maximale Größe vielleicht eine Reiterei und kriege noch schnellere Armee und kriege eine Reiterei-Gefolge. Und als Nebengefolge dann 30% Armeeschaden für die Armee, wo der Ritter drin ist. Okay, das ist ziemlich geil. Das nehmen wir, glaube ich. Am Ende dann. Am Ende. Am Anfang ist es noch nicht so. Aber das finde ich gut. Ein bisschen mehr Armeeschaden. Das nehmen wir. Der Erste der Säule. So, wir können auch noch eine schaffen. Aber jetzt haben wir gerade keinen wirklich tauglich. Doch. Hier, Ademar 17. 17. Können wir anheuern. Was können wir dir noch geben? Taktiker. Wir kriegen mehr Erfahrung. Ne, wir sind ja gar nicht Kriegs... Äh... Warte mal. Passiert wieder gerade sehr viel offensichtlich. Disziplinierer. Meine Aufgebote verstärken sich schneller. Oder Idealist. Meine Vasallen mögen mich mehr. Oh, das finde ich nicht verkehrt. Ja, das finde ich ganz gut. Treuester von Westfranken. Auch schöne Titel. So, lass uns doch mal... Der Papst gibt mir doch wahrscheinlich eh nicht den Anspruch auf die Britannie, oder? Ne, sind wir weit davon entfernt. Dann können wir noch im Geld anbetteln. Aber jetzt geht's gerade schon nicht mehr. Okay, also... Leute, das mit dem Pustelfieber... Ähm... Das ist jetzt gerade nicht so geil. Ähm... Das ist gerade nicht so geil. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, in Paris kann ich auch gerade gar nichts mehr bauen. Was mich immun macht gegen Krankheiten, ne? Nee. Ja, die Abstimmung kann mal weg... Geht die eigentlich ewig, oder? Endpole. Okay. Ja, also ihr hattet alle Unrecht. Es ist eine völlig neue Seuche geworden. Hm. Aber die wird uns schon nicht, ähm... Also, wir haben ja einen okayen Hofarzt. Haben wir... Gibt es noch Ämter, die wir irgendwie... Die gegen Seuchen was bringen? Ich glaube nicht. Können wir mal gucken, wenn wir noch Leute nehmen, die noch Prestige uns bringen. Oder ein Stallmeister der unserer Ritter. Das Pustelfieber hat ganz Sein Tonnage verwüstet. Mein Hofarzt Geldon teilt mir mit, dass der örtliche Handel und die Herstellung völlig versiegt sind, während die Menschen in ihren Häusern auf den Straßen ausharren und auf den Tod warten. Er hat die schlechte Luft, die den Toten sterben umgibt, für die Sache verantwortlich, für die solche verantwortlich gemacht und vorgeschlagen, dass ein riesiges Feld Pfeilchen viel dazu beitragen würde, diese schlechte Luft zu vertreiben und die Austreibung der Krankheit zu verhindern. Hm. Es ist ein Versuch wert, kostet ja auch nur unser halbes Gold. Was sagt ihr, Chat? Wie wissenschaftlich hochwertig klingt das auf euch? Das hilft immer, weiß doch jeder. Hm. Ich weiß nicht. Ich mein, es bringt nicht mal einen Bonus, es bringt uns einfach nur, das Volk mag uns etwas mehr. Aber das Volk hasst uns, wenn wir uns weigern, die Blumen zu pflanzen. Aber die werden ja eh alle sterben. Warum sollten wir noch Geld für sie ausgeben, damit sie mit schönem Blumenduft sterben? Ich, na, ne, 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 ich glaube, ich glaube nicht. Wir haben einen guten Stallmeister, das können wir. Dass unsere Ritter effektiver werden. haben wir inzwischen mal besser, ja, wir haben einen besseren Hofchronisten. Barthelémi. Der gibt uns mehr Prestige, großartig. Gut, auf Grafschaft von Wann habe ich ja jetzt, glaube ich, sogar schon Anspruch, oder? Ne. Montes, aber Wann hat er jetzt bekommen? Das heißt, wir können uns jetzt bald zum Glück gewinnt Byzanz sowieso hier den Krieg gegen Sizilien. Dass wir also hier warten, bis diese komische Fraktion Stress macht. Gibt's die überhaupt noch? Ja, obwohl die uns jetzt halt voll mögen, ne? Obwohl wir uns voll bei denen eingeschleimt haben, sind sie immer noch halt, wir haben noch eine Jagdeinladung bekommen. Wie gesagt, alles, was uns ein bisschen Prestige bringt, machen wir. So, also, wenn wir jetzt die Bretagne angreifen, haben wir schon zwei Ansprüche. Wir machen uns mal noch einen dritten. wir haben schon Wann und Nons, wir nehmen mal das hier auch noch. Ne, halt, das ist tatsächlich, warte mal, doch, ist auch noch Teil des Herzogs um Bretagne. Wenn wir davon genug haben, können wir den Titel ja auch übernehmen. So, das ist, also, noch, noch, es geht auch in Richtung Bretagne, vielleicht schwächt das noch unsere Feinde. Schaut mal. Noch geht es das darf nur nicht in die Richtung. Es darf nur nicht nach Paris kommen. Alles andere ist ja okay. Hat jetzt Byzanz hier ein riesiges Territorium erobert in diesem Religionskrieg. Nee. Ich kann meinen Arzt hier mit Kräutern eindecken, dann kriege ich einen Gesundheitsbonus. Bei Krankheitswiderstand, das ist vielleicht nicht verkehrt. Weil wenn irgendwer anders krank wird, ist ja auch okay. und ich kann noch das Artefakt gepresste Lilie mir sichern, dass mir Prestige bringt. Mit dem ältesten Trick der Welt. Hey, was ist denn da drüben? Finde ich gut. Und jetzt geht's auf die Jagd. Dafür, weil ich der Wald Blumen gesammelt habe, ist eine Jagd mit 80% Erfolgschance fehlgeschlagen. Das ist wahrlich nicht der beste Tag aller Zeiten. Das ist wahrlich nicht der beste Tag aller Zeiten. Aber wir haben die Blume bekommen. Und kriegen mehr Prestige. Ist Prestige immer noch unser oberstes Ziel? Ja, irgendwo schon, aber dass wir halt so viel Geld verloren haben. Am Anfang hat uns alles sehr zurückgeworfen. Was für Kriege können wir erklären? Wir können ihm hier einen Religionskrieg hier ist ein Wikinger gelandet. Wir können schon mal das erste Stück der Bretagne hier nehmen, indem wir diesem komischen Wikinger, diesem Assertruber baren. einen Religionskrieg erklären. Ich tanze halt immer am Abgrund, ob diese Fraktion mich angreift, obwohl die mich halt voll mögen. Was ist denn euer Problem? Seuchenwiderstand. Der Seuchenwiderstand. Je höher der Seuchen der Stadt und Grafschaften ist, desto besser könnt ihr eine Seuche abwehren. Zum Fortfahren öffnet die Seuchentafel. Im Badehaus verhöhnt Herzog Bernard der Fremdländische. Das ist der, den ich übrigens vorher zum Affen gemacht habe, weil er unsere Sprache nicht gut spricht. Die Größe meiner Ausstattung. Ich kenne ihn kaum, doch schon jetzt fühle ich mich als ob ich ihn hasse. Wie kann es Bernard wagen, mich öffentlich zu verhöhnen? Diese Erniedrigung werde ich nicht vergessen. Das wird er mir büßen. Ich will ihn tot sehen. Herzog Bernard, bist du eigentlich, das ist mein Ratsspitzel, ein Mordskomplott gegen meinen eigenen Ratsspitzel, ist vielleicht nicht die beste Idee. Ist du denn einer von den beiden? Ja. Schon. Ne, ist ein anderer Bernard. Es gibt zwei Bernard und beide sind scheiße. Ähm. Ja, eigentlich muss er dafür sterben, oder? So, das Seuchenfenster soll ich öffnen, derweil, wie viel Erfolgschance haben wir denn? 44%, das geht ja noch. Können wir noch irgendwen einladen? Bischof Aldebert von Toulouse kann überzeugt werden für Läppische 68. Die Seuche ist verschwunden. Wir geben etwas Geld aus, damit sich die Gemeinden wieder von der Krankheit erhöhen. Okay. Mir wird gehuldigt. Wir haben einen Agenten angeheuert, um Herzog Bernard umzubringen. Die Erfolgschung ist 82%. Wir können ein Dynastie vermächtig... Ich will doch eigentlich nur die Seuchentafel öffnen. Lass mich spiel. Wo war denn die Seuchentafel? Letztens ist die gerade schon wieder weg, weil wir keine Seuche mehr haben. Gerade hatten wir eine. Wie rufe ich die von mir aus auf? Ich weiß gar nicht, ob man die von sich aus findet, wenn es gerade keine Seuche gibt. Lassen wir das mal noch. Hof halten brauche ich nicht, aber ein Dynastie Vermächtnis brauchen wir Legitimität. Oh, hier können wir hier können wir uns eine eigene Heldentat freischalten. Eine heldenhafte Blutlinie. Das klingt gut. und später können wir einen Kriegsgrund Ahnen Anspruch durch eine legitimierende Legende erlangen. Oh, das will ich. Die alten Helden. Jetzt können wir hier die Großtat für unser Haus begehen. Oh, und ich versuche Blei zu Gold zu verwandeln, um das zu finanzieren. Das klingt doch super. Wie soll ich etwas lernen? Also Bleizucker, ich stelle den selbst her, weil ich alles kann. Ja, natürlich. Ohne Zwischenfälle. So, meine Untertanen sollen die Steuern bezahlen, um die Algen das nächste Ding zu produzieren. So, derweil will ich doch hier diesem komischen Wikinger Herzog Bernat lassen wir Löcher in sein Gewand schneiden. Das ist die Rache dafür, dass er mich verhöhnt hat. So, also schaffen wir es Gold herzustellen, Leute. Ich möchte dazu wieder eine kurze Abstimmung machen. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Stellen wir Gold her. ja, nein. So, muss der klappen bei dem Rekord. Alina, was warum ist hier so wenig Vertrauen? Schaut, 63% für ja, 69%, 61%, 62%, 62%, 62%, das Ausgleich überzeugt mich. Sehr gut. Als ob dieser Gockel das schaffen würde. Was soll das denn jetzt? Der Laser, krass. Ja, wieder was, also ich mache es ja auch durchaus, weil ich YouTube Livestreaming mehr lernen will. Also 100% ist das ein Faktor, jetzt weiß ich, dass ich das nächstes Mal drauf achten sollte. 100%. Wie gesagt, man lernt, ich habe schon ein paar Sachen gelernt, jetzt wird das nächste Mal besser wird. 90%, 61%, ja, komm, wir schaffen das. Also, offenbar ist die Mehrheit für ja, großartig. Blei zu Gold, ja, ja, und ein Bildungspunkt. Was? Eine Legende beginnen? Moment. Ah, jetzt können wir die Großtat für D'Aprimant, ah, da muss ich noch nicht illustr für sein. Das kann ich einfach machen. Nur wenige, die den Namen D'Aprimant tragen, haben so viel für ihre Dynastie getan, wie ich. Ja. 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 So, jetzt kann ich hier wählen, wer der Begünstigte dieser Legende sei. Das bin natürlich ich. Und dann kann ich einen Legenden Palast errichten und ein Legenden Artefakt beauftragen und ich werde legitimiert, was wir auch dringend brauchen. Wenn wir sie mit Ilustra abschließen, dann erhalten wir Zugriff auf das Königreich erweitern. Womit wir eine umgehende Dijur Anpassung eines Herzog in eurem Reich erlaubt. Okay. Und auf Mythisch Okay, wenn wir das auf Mythisch schaffen, kriegen wir einen Anspruch auf jeden Titel im Kaiserreich von Franzien. Ja, das kann ja nur gut gehen. Alter, wie cool ist das? Die Legende hier sollte hier sollte ein Name drinstehen. Also wir haben irgendein legendäres Schwert gesucht wohl. Okay, offenbar ist hier leider die Übersetzung noch nicht vollständig. Okay. Und ich kann die Güte erhöhen indem indem ich sie verbreite. Jetzt kriege ich mehr Bekanntheit. Ich kann sie dann verbessern. Aber sie muss sich jetzt in der ganzen Land verbreiten. Also im ganzen Land. Okay. Jetzt schauen wir mal. Ich bin immer noch irritiert, dass die hier immer noch diese Fraktion haben, obwohl ich mich komplett an sie ran... So, meine Sochter hat einen Zahn verloren und ist ganz stolz darauf. Und ich kriege den Zahn als Artefakt. Schön. Und ich gebe ihr 30 Gold dafür. Ja, das... Der Minnesänger ist der Meinung, dass ich meine Legende deswegen begonnen habe, weil ich meine Karawanenführerin Irmintrud beeindrucken wollte. Nein, ich habe es für mich selbst getan. Natürlich habe ich es nur für mich selbst getan. So, Herzog Bernhard, was loben wir bei ihm? Seinen ungebrochenen Mut. Komm, er hat ja 22 Kampfkraft. Und Herzog Hugo fängt an, meine Legende zu fördern. Sehr schön. Jetzt hat sie sich schon in einer zweiten Baronie. Meine Tochter umarmt mich und mag mich. Schön. Meine Amme kann begnadigt werden. Was hat sie denn gemacht? Wie andere Kinder in seinem Alter auch lügt mein Sohn und Erbe Maurice der Zweite hin und wieder um Grenzen aus zu testen. Allerdings traut ihm das häufig niemand zu, da er sich immer so niedlich verhält und die Menschen verzeihen ihm stets, wenn er doch einmal ertappt wird. Ich frage mich wirklich, womit er wohl so davon kommt. Ich werde dieses Kind im Auge behalten. Okay, und meine Amme ist eine unzüchtige. Ich glaube, wir begnadigen sie. So, ich muss auch meinen Sohn eigentlich noch erziehen, ne? Und auch für ihn eine Hochzeit finden. Oh, oh. Ich bin krank. tut nur das Nötigste. Ich bin bereit, etwas Neues zu versuchen. Ja, gut, ich bin ja exzentrisch, oder? Ich bin ja exzentrisch, also bin ich bereit, etwas Neues. Er ist ja auch, er ist ja, glaube ich, hier so ein weiser Mann, für seinen unkürzell aber praktisch orientierten Ansatz in Religion bekannt. Ja. Geldoin hieß, mich die Gewandung abzulegen und begann mir Öl in die Haut zu massieren. Als er die Hand hinunter in meinen Schritt gleiten ließ, suchte er meinen Blick und mir wurde klar, dass ich es auch wollte. Ich nickte. Schon bald kamen andere Hände hinzu. Glatte, schwielige, faltige, schlanke, kräftige. Als mir die Knie versagten, fingen sie mich auf und ich gab mich ganz ihren Berührungen hin. Ich bin immer noch nicht sicher, was ich von den Geschehnissen halten soll, doch es ist unbestreitbar, dass meine Symptome seitdem verschwunden sind. Ich habe ein Geheimnis perverser erhalten, aber die Symptome sind weg. Also, Gelduin, ja, er hat mich mit einer Orgie geheilt. Kann man mal machen. so, Herzog Gautzbert will, dass ich eine Vasallin von ihm ermorde. und der mag mich nicht und ich will von ihm gemocht werden, also tue ich das. Ah, jetzt hat er ein Druckmittel gegen mich. An den törichten Maurice Le Magnifique. Ich weiß, dass ihr, klein in Klammern, auf mein Geheiß, meine über alles geliebte Esclamonda ermordet habt. Durchsorgt euch nicht, als treuer Vasall will ich das Geheimnis für mich behalten, solange wir einander weiter auswirfen, wie die gute Freunde, die wir sind. Ich wurde getäuscht, Narr. Äh, Herzog Gautzbert. Aber wir sind trotzdem im Plus, was Meinung angeht. Gut. Wir können hier noch ein Bündnis mit Lothringen eingehen. Was hat Lothringen gerade für Bündnisse? mit Italien. Aber nicht mit Ostfranken. Wir haben noch einen weiteren Sohn. Maurice Also wir könnten uns jetzt warte mal. Wir können uns mit Lothringen verbünden, aber brauchen wir eigentlich gerade nicht, weil wir eh noch nicht hier angreifen können. So, meine Legende ist bereits in elf Baronien verbreitet. Ich bin immerhin wieder gesund. Okay, einmal hatten wir Glück. Wie kann ich denn jetzt bitten, Legende zu fördern? Ich kann jetzt andere Herrscher bitten, meine Legende zu verbreiten. Aber er muss meiner Dynastie angehören, ein Freund oder eine Affäre von mir sein, eine Grafschaft halten, die an die Legende angrenzt oder meine Sprache beherrschen. Okay. Das heißt, inzwischen mag der mich doch 100%. Das heißt, diese Fraktion muss doch eigentlich jetzt im Arsch sein, oder? Ja, also ich tue mit dem noch bisschen mich anfreunden. Ich studiere die alten religiösen Texten und die Schriften der Gelehrten und sie sind sich offenbar alle einig, dass die Welt in 6000 Jahren nach ihrer Schöpfung enden wird. Meinen Berechnungen zufolge endet die Welt in weniger als einem Jahrhundert. Der Bischof will nicht, dass ich das jemandem anvertraue, aber meine Berechnungen sind natürlich richtig. Das Volk halt die Wahrheit verdient. Diese Entscheidung könnte mich zu einem Zyniker werden lassen. Ja, werden. Ich bin ja noch keiner, das weiß jeder, aber vielleicht werde ich jetzt gleich einer. Aber wir können doch dann mal hier Ah, das grenzt auch noch nicht an die Legende. Jetzt warte mal, kann ich irgendwo sehen, wo meine Legende überall schon verbreitet ist? 24 Baronien schon, die wird immer mächtiger. Kann ich aber irgendwo sehen, welche das sind. Also wer grenzt alles da an? So, jetzt töten wir Herzog Bernhard. 82%. Das kann doch nur gut gehen. Nein, es wurde vereitelt. meine gedungenen Schläger konnten sein Gefolge nicht überwältigen. Zumindest wurden sie allesamt abgeschlachtet. Da niemand mehr das Gegenteil beweisen kann, wird man sie weiterhin für gewöhnliche Wegelagerer halten. Es kann aber auch gar nichts richtig machen, dieses gemeine Volk. Also jetzt nochmal zu probieren, ist in der Regel sinnlos, weil jetzt ist der halt effektiv. Wir können Geiseln austauschen. Achso, ihm welche geben. Ne, warum sollte ich das? So, also. Wahrscheinlich ist das hier die Grenze der Legende. Sie wächst auch immer weiter. Aber eigentlich müsste der doch dann jetzt die schon fördern können, weil er angrenzt, aber vielleicht weil er die Sprache nicht kann. Es muss alles zustimmen. Ne, äh, es besteht keine Chance auf Annahme. Aber es schließen sich trotzdem immer mehr Leute an. Weil sie natürlich mir huldigen wollen. Meine ganzen, schaut mal, 49 schon. Leider brauchen wir 100, um sie zu verbessern. So, wir können natürlich hier Schritt für Schritt uns die Bretagne mal holen. Ne, Krieg ist Krieg und sowas. Was? Die französische Ruhe ist genau in meiner Hauptstadt ausgebrochen. Und sie gibt uns Blut Durchfall. Wir können die Hauptstadt isolieren oder uns selbst in die Abgeschiedenheit begeben, dass ich und meine enge Verwandtschaft Widerstand ich glaube wir machen das oder es geht ja nur um uns. Okay, das reduziert halt all unsere Werte während den Hauptsitz isolieren nur etwas Kontroll Abnahme Ja, ich glaube wir machen das Aber ich glaube wahrscheinlich beides ne, komm Ja, wir tun alles damit wir nicht erwischt werden Das ist das Einzige was zählt Ich bin halt nicht sicher dass das Blaue ist ja einfach nur unser Reich Wie sehe ich wo die Legende verbreitet ist davon Das wäre halt schon wertvoll finde ich Weil das Blaue ist ja einfach nur synonym mit unserem Reich Aber wie sehe ich wer davon Jetzt warte mal gibt es hier gibt es hier vielleicht ein neues Map Overlay dafür Legenden Ja Hier erst die ist noch gar nicht so weit Das sieht man sogar hier dann Ich dachte nur das ist so klein Ist sogar angeschrieben Ja das wirkte mir ein bisschen klein für 63 Baronien Ihr habt absolut recht Das wirkte mir nur viel zu klein Das ist ja Okay Aber lass mal gucken Wer kann jetzt hier verbreiten Keine Legende angenommen Okay Ja Ja Okay Das heißt Wir können da halt Leute dann bitten die weiter zu verbreiten Leben oder Gold Gold ist das Lebenselixier eines Reichs und Händler bringen einen Großteil des Goldes ein Die Seuche breitet sich immer weiter über dieses Reich aus Küsten Quarantäne Ja Ja Ich glaube schon Ach der Typ den wir umbringen wollten ist gestorben und Herzog Anju ist leider nur in Bildung gut Es gibt auch noch Ketzerei Leute es wird immer schlimmer hier So du hast gutes Ränkespiel Also ich meine die Legende die kann sich ja noch über unser ganzes Königreich ausbreiten Aber selbst selbst dann ich meine gut ihr habt schon recht aber selbst dann wirkt es jetzt mir auf der Weltkarte etwas klein Die ist nur so klein weil es in Nord Frankreich so kalt ist In Süd Frankreich wird die wieder Soll ich das überhaupt kommentieren diese Dreistigkeit Soll ich diese Dreistigkeit überhaupt kommentieren So wie nennen wir unsere nächste Tochter Die erste heißt Magnitude Wie heißt die nächste Wie heißt die nächste Gut aber dann kann das jetzt sicher super gut ausbreiten dass wir auf jeden Fall noch die 100 bekommen mal schauen wie es dann weiter geht das so erst mal soll natürlich unser ganzes Königreich davon hören das passiert anscheinend jetzt erst mal noch relativ automatisch aber um sie dann über die Welt auszubreiten wird Amplitude ja okay das klingt nachvollziehbar Chat Die Legende wie sich Maurice während er im Schloss versteckt und sein Volk darbt naja also genau deswegen brauchen wir eine Legende genau deswegen brauchen wir eine Legende um um quasi weil am Ende ist ja das wahr was in Büchern steht ne am Ende ist ja das dann die Wahrheit schaut wie sie alle meine Legende fördern es wird immer besser was ist das denn in den Fluren des Hofes ist schallendes Gelächter zu hören wenn man bedenkt dass die Seuche weiterhin das Landheim sucht ist das äußerst seltsam nun Herr es ist der neueste Rat der Ärzte sie sind sich sicher dass die Seuche durch schlechte Laune und grimmiges Benehmen verbreitet wird von daher liegt es natürlich nahe dass das Gegenteil davon die Seuche besiegen kann und weil ich exzentrisch bin kann ich jetzt irre lachen und erhalte die Eigenschaft gackernder Irrer die Neigung dieses Charakters die eigenen Probleme wegzulachen hat einige Nachteile weniger Geld pro Anspannungsstufe aber ich verliere Prestige nee das wollen wir nicht das ist durch und durch lächerlich nee Prestige verlieren wollen wir nicht wir müssen ja unsere Legenden verbreiten oh die französische Ruhe ist schon wieder weg wir können aus der Abgeschiedenheit kommen ein Also. Hochschuld, Freunde, was ist das jetzt genau? Obwohl sich unsere Wege aufgrund der Anforderungen, die das Verhalten eines Reiches mit sich bringt, nicht oft kreuzen, hat heute eine solche Gelegenheit Anzo und mich zusammengebracht. Er begrüßt mich herzlich mit einem wissenden Funkeln in den Augen. Maurice de Magnifique, Herr, es ist meine Freude, euch zu sehen. Wisst ihr, ich habe in letzter Zeit einige fesselnde Geschichten über euch gehört, fährt er fort, während sich allmählich ein breites Lächeln auf seinem Gesicht abzeichnet, als er mein Unbehagen bemerkt. Sie haben mir recht gut gefallen, vielleicht könnt ihr mir ein paar Einzelheiten erzählen. Ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr mir da helfen könnt, die Nachricht zu verbreitern. Der Nachlass für die Verbesserung eurer Legende erhöht sich erheblich. Und der Typ fördert das, aber ich schulde ihm einen Gefallen. Das ist doch super. Also ich bin absolut bereit, einen Gefallen zu zahlen, dass meine Heldentat weiter verbreitet wird. Von der wir immer noch nicht wissen, was sie genau ist, ne? Aber ist ja auch egal, es geht ja gar nicht darum. Ein Küchenjunge soll schuld an der Seuche sein. Vielleicht sollte Dago mir versprechen, sein Handwerk auf... Er hat wohl Kräuter gesammelt. Also wir können jetzt einfach sagen, gib dein Handwerk auf, dann mögen mich alle mehr. Oder wir kerkern den Hexer ein. Er ist eine Hexe. Nein, nein, also... Wenn wir ihn ins Wasser werfen könnten, ne? Ob er so viel wiegt wie eine Ente, das würden wir jetzt rausfinden. Aber das ist die Option, bei der uns alle lieben und die nehmen wir ja immer. Okay, unsere Legende breitet sich immer weiter aus. Allmählich jetzt auch hier an die Grenze. Das heißt allmählich... Können wir jetzt hier tatsächlich Leute bitten, die Legende zu fördern? Wenn die grad nicht im Krieg wären. Was ist das denn? Da will uns ein Typ zu einem gerechten Zweikampf herausfordern. Er schließt sich uns dann an. Athletische Elfkampfkraft. Wenn ihr mich schlagen könnt, werde ich euch ein wertvoller und treuer Diener sein. Und ich kann antworten. Ich habe kein Interesse an einem gerechten Zweikampf. Euer ganzes Gefolge trampelt Jakob nieder. Wow. Oder Rani kämpft gegen ihn und gewinnt Ruhm. Ja, das machen wir doch. Ja. Sehr gut. Gandalfr ist hier der Nachfolger. Schön. Und hier kann es dieser neue Typ werden. Ja, perfekt. Wir haben zwei Leute, die Ratsposten wollen. Und beide nix können. Ich finde das immer das Schlimmste, Leute. So, ein Adliger wurde verwundet. Das Schlimmste ist, finde ich, wenn jemand einen Ratsposten will. What? Nein. Das Spiel ist gecrasht. Äh. Mist. Das geht ja gleich. Ich habe zum Glück Autosave auf alle sechs Monate gestellt. Das, das kriegen wir also hin. Tja. Ja, heute bin ich etwas cursed. Das ist ja schlimm. Aber ich komme immer noch nicht über diese Hochzeit am Anfang hinweg, Leute. Einfach konnte nicht stattfinden, aber die 400 Gold ziehen wir dir trotzdem ab. Ich muss ehrlich zugeben, darüber bin ich immer noch nicht hinweg. So, hier sind wir wieder. Wir sind, glaube ich, gerade wieder auf dem Weg zu dieser Jagd. Jetzt haben wir ein anderes Ereignis. Ein Ritter kämpft gegen einen Wolf. Und da ist leider unsere Chance, deutlich schlechter ihn zu retten. Los, mein Ritter, tu was! Ah, wir haben es trotzdem geschafft. Großartig. Schade, der Ritter war eigentlich ganz gut, weil der war ein Nachfolger für... So, ich muss auch mal kurz aufs Klo. Ich bin, äh, bin gleich wieder da. Dann, äh, geht's hier weiter. Kein Stress, ist ja nicht Männerlords. Das war schon schlimm, Jakob. Das war... Da hatte ich extra am Releastag der Männerlords-Demo eine Abendverabredung abgesagt, um den ganzen Tag Männerlords zu streamen. Und fünf Minuten, nachdem ich das gemacht hatte, ist das Spiel abgestürzt und ich musste mein ganzes Dorf neu bauen, weil es keine Save-Games war. Lasst uns nicht weiter darüber reden. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ja... Ich bin gleich wieder da. Yeah... Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich binw ruschen und aufgestürzt. jewel of just eine Erde und sehe ich dir. Vielen Dank. 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 Es ist ja so ruhig im Chat fallen mir etwa keine guten Pest-Wort-Spiele mehr ein. Ja, dafür bist du doch zuständig. Maurice wurde von einem Hochzeits-Spiele mehr ein. Ja, ich war, also das war richtig schlimm. Ich will schon wieder Blumen, ich will ja nicht noch eine andere Blumen sammeln, ich brauche ja nicht noch eine gepresste Linie, ne, das ist eine andere Blume. Ja, das bringt alles bringt, ja, das bringt alles bringt, ja, verpesterungswürdig. Ich weiß nicht, was ich auch hier. ich zu. So, wie sieht es mit unserer Legende aus? 95. Ich meine, wenn die sich allein in unserem Reich noch weiter verbreitet, haben wir schon richtig viel. Die hier haben leider gerade alle am Kämpfen. Sonst könnten wir den nämlich schon bitten, die Legende zu verbreiten. Aber wenn diese Kriege durch sind, vielleicht. Bis dahin. Hier sind noch Leute außerhalb. König Lothair. Legende fördern, auch im Krieg. Gut, der mag mich auch nicht. Aber wir können es ja schon mal an den Randwand. Ich meine, wenn der anfangen würde, das zu verbreiten, das wäre richtig krass. Ich glaube, übers Meer geht es wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Aber wenn wir es die Legende hier noch wei... Weißt du, das ist ja auch super, weil wir wollen ja all diese Königreiche. Wenn die alle anfangen, unsere Glorie zu berichten, Okay, derweil ist hier jetzt irgendwie Essex. Jetzt will mich jemand zum Duell fordern. Da haben wir das gleiche Ereignis wieder. Und wir haben Kampf erneut gewonnen. Der heißt sogar auch wieder Jakob. Schön. Ein Gedicht wurde wieder über mich geschrieben. Selbst die mächtigsten Menschen wären nicht ewig auf Erden. Ihr Tun, ihr Wert, ihr Streben wird nichts als Asche werden. Hoffnung letztlich eine Gnade der Erinnerung ist, auf das die ganze Welt sein Gesicht nicht vergisst. Ja. 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 Leider ist jetzt kein Nachfolger, der hier passen könnte. Vorher war der Such generiert, dass er da gepasst hat. Was ist eigentlich hier Essex? Das können wir uns mit einem Religionskrieg holen. Das machen wir glaube ich auch. Müsste ja fast schon nur das Kriegsvolk reichen, oder? Er hat ja hier nix. Was ist auf der Reise? Wir sind zum Stillstand gekommen. Ich übernehme die Führung. Natürlich. 51% Chance, dass ich ein fähiger Führer bin. Natürlich bin ich das. Großartig. So. Die Pest ist auch durch. Wir holen uns das hier. So. Es wird schon alles, Leute. Unsere Legende kann verbessert werden. dann kriegen wir 400 Legitimität. Ein Anspruch auf jeden Titel im Königreich von West... Das haben wir eh schon. Wir sind König von Westfranken. Wir können ein Legendenartefakt beauftragen und wir können Legendenpalast bauen. Geil. Schön. Okay. Fürs nächste brauchen wir 300 Baronien. So. Ist das hier einer von denen? Nee. Aber es geht ja noch gut weiter. Ich meine, ich habe das tatsächlich unterschätzt, wie viel Baronien in so einem Königreich sind. Also, ich kenne schon den Unterschied, was ein Baronie- und Grafstallfeuer geschrieben hat, aber selbst Baronien hätte ich nicht gedacht, dass das hier schon 100 sind, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich vorher so, das kann es doch nicht sein. Aber jetzt ist sie schon gut verbreitet. Das sieht schon eher nach 100 aus. Aber selbst das finde ich. irgendwie, doch, können schon 100 sein. So, am Königshof Fingerknochen eines Königs. Nee, das ist ja Unsinn. So, jetzt warte mal. Gibt es noch einen mächtigen Basalen, der mich gerade nicht mag? Jetzt habe ich wirklich mal, der Rat ist begeistert. Jetzt haben wir nämlich unsere Legitimität erhöht. Ne? Das heißt, wobei, noch nicht. Ich dachte eigentlich. Nee, erst wenn wir durch sind mit der Legende, glaube ich. Dann kriegen wir massiv Legitimität. Ja, noch sind wir gar nicht auf 4. Aber unsere Legende arbeitet daran. Wie ist mit denen die, der hier, Herzog Werner, der Fremdländische. Das ist immer noch der, der vorher mich beleidigt hat. Deswegen werde ich ihm nicht meine Gunst gewähren. Aber ich glaube, allmählich kann der hier mal wieder von Gunst wegschalten auf fremde Angelegenheiten. Jetzt wird dieser Krieg direkt der Legende hinzugefügt. Das finde ich cool. Dann ist die Legendenverbreitungswahrscheinlichkeit erhöht. Aber 43% Chance, dass die Leute nicht überzeugt sind und ich Prestige verliere. Jeder erinnert sich an die große Tat. Geil! Das heißt, Warte mal, ist das jetzt auch wirklich hier sichtbar drin? Hier ist das. Ja, jetzt ist hier ein extra Kapitel drin, wo dieser Krieg beschrieben. Das ist cool. Ich finde es nur schade, ich verstehe nicht, warum es hier einfach so ein random Ding. Das scheint noch ein Bug zu sein, dass mein erstes Kapitel halt irgendwas komisches ist. Aber der Rest sind halt wirklich Sachen, die man macht. Das ist cool. Und damit erhöht sich auch die Verbreitungs Chance. So, wie sieht's denn aus? Wie gesagt, ich gehe jetzt voll auf Diplomatie. das das benachbarte Könige Bock haben, meine Legende zu fördern. so, der Jarl will einen weißen Frieden haben. Ich glaube eigentlich nicht. wir haben ja das hier erobert. Wie viele Truppen hat der denn insgesamt? Okay, der ist schon stark, 3000, aber er verliert auch gerade gegen was anderes. Und wir haben ja das Kriegsziel. Meine Tochter wurde geschlagen. Was? Es gibt überall Feinde. Das müsst ihr lernen. Dann wird sie paranoid statt schüchtern. Hm. Das sind immer diese Eigenschaften, wo du nur Schlechtes für dein Kind auswählen kannst. Aber schüchtern ist halt das Letzte eigentlich, was unser Charakter hat. Ich glaube, wir machen sich lieber paranoid. Gut, die Beeinflussung des Herrschers von Notringen hat nicht funktioniert. Er denkt, ich intrigiere gegen ihn. So, also hier können wir jetzt einfach die Armee stehen lassen und gewinnen mit der Zeit, weil wir das Kriegsziel kontrollieren. Wir müssen da, glaube ich, gar nicht übers... Oh, da kommt er mit vielen, vielen Truppen. Dann müssen wir doch unser Kriegsvolk ausheben. Also, ich meine unsere normale Armee. Aber wenn er hier an Land geht, dann fangen wir ihn da ab. Warte mal, halt die hier bitte. Und die gehen dann rein. Er hat ja jetzt noch seinen An-Land-Geh-Malus. Das ist fair und vielleicht würde ich auch davon ausgehen, dass du gegen mich intrigierst. Hä? Ich verstehe das überhaupt nicht. so, so, jetzt alle rein. Da flieht er. Kriegen wir ihn? Wir müssten ihn noch kriegen, oder? Ja. Schön. Mit 32 Mann. Also 32 Stärke. Er hat 20. Muss noch die Verstärkung reinkommen. Also, eigentlich müssen wir das gewinnen. Er hat ja auch einen Malus. Muss noch die Verstärkung jetzt schnell kommen. Warum gewinnen wir das nicht? Wir haben mehr Leute. Wir haben okaye Ritter eigentlich. Er ist gerade erst an Land gegangen. Wir haben einen besseren Anführer. Das müssten wir doch gewinnen. Nach allen Regeln der Kunst. Okay, wir kämpfen uns vor. Das müssten wir aber gewinnen. Okay, er hat, glaube ich, mehr Kriegsvolk, weil seine Qualität ist höher, aber ich glaube, wir schaffen es trotzdem. Ja, es sieht okay für uns aus. Er hat mehr Kriegsvolk. Ja, ich habe nicht so viel Kriegsvolk für mein Level an Macht eigentlich, aber ich habe es in dem Fall meine Truppen besser manövriert als er und ich habe inzwischen ja auch ein paar ganz gute Ritter ernannt. Deswegen Ja, okay, das war knapp, aber wir haben es gut gemacht. So. Das hat uns jetzt noch 71 Macht gebracht. Wir sollten uns jetzt nur, ne, wir sind schon in unserem Land, ne, die Truppen sollten sich jetzt aufteilen und regenerieren. Ne, die Versorgungsschwelle reicht sogar, die können sich hier alle zusammenschließen. Perfekt. Dann regeneriert euch hier Wikinger stark im Nahkampf. Ja, aber schaut mal, es hat ja gereicht. Es hat ja gereicht, jetzt regeneriert sich unsere Truppe, während er flieht. Und wenn er bisher wieder da ist, haben wir auch schon genug Kriegspunkte, um das gewonnen zu haben. In der Weile haben wir einen weiteren Legendenförderer bekommen. Wir haben jetzt schon 142 von den benötigten 300. Wir schleimen uns weiter beim König von Lothringen ein, dass der das auch noch verbreitet. Wie sieht es eigentlich mit der Britannie aus? Was ist das denn eigentlich, bitte? Jarl Fafsnon? Ist die Britannie inzwischen ein Wikinger Königreich geworden, während ich nicht hingeschaut habe? anscheinend ja. anscheinend ja. ja. Wir können den Papst auch noch um Geld bitten, gerne. Ich meine, wir können notfalls noch Byzanz rufen, wenn es dringend notwendig wird. So, jetzt kommen die hier nochmal, die Wikinger. oder hauen ab, oder greifen sie das an. Eins von beiden, wenn sie dahin gehen. Sie greifen das an. Das wollen wir natürlich nicht. Verlieren sie dabei nicht auch noch ein bisschen Truppen? Bisschen Truppen verliert man doch in einer Belagerung, oder? Okay, aber es geht sehr, sehr schnell. Wir müssen da, glaube ich, rein, wenn wir das halten wollen. Wir haben uns auch noch ein bisschen regeneriert. Ich gehe mal ein bisschen näher ran schon. also wir sollten maximal uns nochmal regenerieren, dass wir mit maximaler Stärke da reingehen. Aber wir haben leider gesehen, dass ihre Truppengüte besser ist als unsere. Wissenszeit haben wir noch. Aber jetzt müssen wir los. Wir haben noch einen Regenerationsmonat mitgenommen. Die Chancen sind ausgeglichen. Interesting. Warte mal kurz. Ein Kriegerorden wäre jetzt schön, ne? Söldner sind zu teuer eigentlich. Ich will jetzt keine 360 ausgeben. Wir probieren das so. Kommt, Leute, rein! Rein! Wir haben sie doch schon mal besiegt. also sie haben halt mehr Kriegsvolk. Oh, sie haben den General getötet. das ist wahrscheinlich nicht günstig, oder? Also so mit meinem militärischen Expertenwissen, wenn direkt der Befehlshaber stirbt, ist wahrscheinlich nicht das geilste auf der Welt. Tja, ähm. Söldner! Rein! Das ist jetzt natürlich doof. Komm, die Söldner da noch rein. Nee, sie haben alle unsere Ritter auch getötet. Alter! Dann sollten die Söldner jetzt abhauen. Okay, jetzt sind die auch noch rein. Eine Sekunde zu spät. krass, okay, das war halt richtig scheiße. Das war natürlich jetzt richtig scheiße. Schön! Okay, das war richtig crap. So, wir machen eine mystische Behandlung derweil. Okay, das war natürlich eine Katastrophe. Holy shit! das war natürlich auch miserables Timing. Das hätte natürlich kaum schlechter laufen können. Vor allem auch noch die Söldner halt, ne? Jetzt werde ich auch noch der Verrückte getauft. Wikinger unterschätzt. Ich wusste ja, dass es eng wird, aber dass sie direkt in der ersten Runde meinen General töten. Die sollten jetzt doch einfach weg. Sind einfach getötet worden. Anscheinend. Damit habe ich halt jetzt nicht gerechnet. Vielleicht doch Byzanz anrufen. Ja. Ja, komm. Ist auch direkt hier. jetzt auch der Ritter gestorben hier, ne? Wo sehe ich denn die Auszeichnungen, die ich noch hatte? Der treueste von Westfranken. Warte mal. Kann wieder eingesetzt werden. Inaktive Auszeichnung. Hier. Okay, du kannst halt gar nichts. Der Hofchronist. Ne, das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Warum bist du überhaupt Ritter? Haben wir so schlechte Ritter, dass der Hofchronist Ritter sein muss? Lass uns mal ein paar neue rufen, vielleicht. Geht noch gar nicht. Ah, das soll, der Hofchronist sollt natürlich nicht. Das sollte verboten sein. Wo ist der? Dich brauchen wir für wichtigere Aufgaben. Klingt so, als wären die Söldner die besten. Ich wusste auch nicht, dass die direkt zerschlagen werden. Einfach normalerweise zieht man sich doch dann einfach zurück. Das war super super. Also, dass der General einfach direkt verreckt ist, der war ja gut, der war genauso gut wie ihrer. Ja, wir hätten ja vielleicht auch mehr Kriegsvolk, wenn wir unser Geld nicht für diese Hochzeit verloren hätten, ne? Potenziell. Interessanterweise die Legitimitätsmechanik ist teilweise richtig, die ist eine richtig harte Abstrafung, ähm, dafür, dass du, wenn du, wenn du blöde Kriege führst, wie ich hier gerade, weil ich habe jetzt 100 Legitimität durch diese, vor allem diese zwei Schlachten, weil ich eine Sekunde zu spät war und es zwei Niederlagen waren. Weißt du, die wären gerade noch fast rechts, Kompetenz regelt das jetzt. Die Legende bröckelt. Ne, das Lustige ist, die Legende, der geht's gut. Die wird schön weiter verbreitet. Haben wir schon wieder eine Seuche bei uns? Ne, zum Glück nicht. So, können wir denn vielleicht noch ein paar neue Bündnisse schmieden? Wir können unsere zweijährige Tochter mit dem König von Lothringen verheiraten. Sie sind verwandt, es besteht ein Risiko von 2,3% dass ihre Kinder inzüchtig werden, nämlich Weil dann wird er doch sicher meine Legende verbreiten. bald. Er muss noch mit seinem Krieg durch sein. Ich bin wieder krank. Wir wissen, welche Behandlung hier vernünftig funktioniert. Diesmal hat er mir einen bleichen Arm zum Essen gegeben. Aber die funktionieren immer. Der Typ mit seinen sonderbaren Behandlungen, die funktionieren jedes Mal. So, wie ist mit Byzanz? Da kommen sie. Ja, jetzt werden wir diese Wikinger platt machen. Das ist eine Katastrophe. Das ist also ein so erfolglosen Crusader Kings 3 Run hatte ich lang nicht mehr. Aber das ist ja Ah, jetzt will er, dass ich hier mit Ostfranken gegen ihn kämpfe. Also gegen Ostfranken. Ja, ja, machen wir. Alles gut. Mach du mal. Das ist bisschen blöd. Dadurch, dass er ständig im Krieg ist, will er meine wundervolle Legende nicht verbreiten. Wobei, sie, 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 sie wuselt und wieselt langsam über seine Grenze. Schaut euch das mal an. Da ist sie schon. Sie hat langsam unsere Grenzen überschritten. Und meine Nachbarn hören auch davon, wie toll ich bin. Muss ja niemand wissen, dass ich diesen Krieg hier eigentlich katastrophal verliere. Weil im Buch wird es anders stehen. Im Buch wird nur die großartige Verstärkung von Byzanz stehen. Jetzt können wir Ansprüche kaufen. Auch praktisch. Jetzt wollen sie wieder, dass ich Blumen pflanze. Ne, tut mir leid, wir brauchen das Gold für Söldner. Weichenarm ist eine typische gesetzliche Leistung beim Hausarzt. Ja. Leider verliert halt unser Verbündeter Lothringen hier direkt. Wir müssen mal gucken, sobald die Wikinger geschlagen sind, ob wir ihm noch irgendwie zur Hilfe kommen können. Aber die Wikinger sind ja nicht so leicht zu schlagen. Wir lassen mal Byzanz zuerst reingehen. Wie wäre es damit? Dann tun wir so, als wäre es die ganze Zeit unser Sieg gewesen. Sie haben ein Buch gefunden, dass meine Dynastie nicht legitim sei. Ja, mit bisschen Schrecken bleibt das begraben. Also, Byzanz geht rein und dann wir. Großartig. Ja, seht, wenn man einfach komplett ehrlos kämpft, jetzt gehen wir auch noch dazu. Gerade wenn die Schlacht vorbei ist, sind wir auch noch da. Und in dem Moment werde ich wieder gesund. Schaut, wir haben eine glorreiche Schlacht gewonnen. Wir haben eine weitere Tochter. Wie soll sie heißen? Ja, das, also, hm, hm. Wir haben Amplitude, Magnitude, was können wir noch sagen? Und derweil würde ich dann auch sagen, ne, müssen wir das schnell holen und dann müssen wir hier den, wobei die Lothringer, wenn sie einfach vernichtet werden, haben wir auch Pech gehabt. Das trägt alles zur Legende Plattitüde. Das war jetzt nicht die Richtung, in die ich gehen wollte, aber ich finde es gut. Ein sehr guter Name. Ja, ja. So, sie holen das hier zurück, ich hole das hier zurück. Was war wir mit der Legende? Schaut, sie wuselt immer weiter, sie überschreitet unsere Grenzen an verschiedenen Orten. Niemand muss wissen, dass wir seit Monaten um dieses winzige Stück Land hier kämpfen und verlieren. Das wird ja nie so in der Legende stehen. Das ist ja quasi Unsinn. So, leider ist die Armee auch nicht mehr gut versorgt, weil sie zu grob, weil sie ist noch gut versorgt. Passt eigentlich alles. So, Bizanz holt das andere Ding hier zurück. Das läuft schon. Das läuft, Leute. Wir stürmen diese Festung, müssen das jetzt schnell hier gewinnen, damit wir noch unseren lieben Verbündeten zur Hilfe eilen können. Weißer Friede will ich eigentlich nicht. Wir kriegen noch etwas Lösegeld, jetzt mal bei plus 54%. Wo ist deine Armee? Eigentlich können wir die Armee jetzt hier erstmal wieder auflösen und sie neu ausheben, wenn die wiederkommen. Dann zahlen wir dabei kein Geld. Bei Bizanz steht ja hier immer noch rum. Oder greift jetzt sogar ihn an. Ja, noch besser. Während hier für uns es hochtickt. Ja, Verbündete, so wichtig. Und dann können wir für ein bisschen Frömmigkeit uns die Britannia kaufen. Derweil verlieren die hier halt hier. Das ist ein bisschen ungünstig. Da könnten wir aber eigentlich helfen. Wenn ich jetzt mal hier einen Sammelpunkt setze und wir uns hier ausheben und die hier zer... Das sind die Bayern sogar! Es wird gegen die Bayern gekämpft! Ich bin der schlimmste Verräter! Also, und die Hoffnung ist jetzt, Byzanz beschäftigt die da oben. Während wir hier hingehen und die schlagen. Als General nehme ich den einen Typen, den ich eh nicht mag. Ja, das Problem ist, wenn wir hier eine Armee ausheben, kommt... Ne, Byzanz ist jetzt da. Geil! Die greifen die jetzt an. Das ist ja perfekt. So, und wir müssen hier die bayerische Armee zerschlagen, um in diesem Krieg einen Durchbruch zu erzielen. Dass der dann irgendwann nicht mehr im Krieg ist und unsere Legende fördern kann. Dafür kämpfen wir. Ich meine, der Weife breitet die sich eh wundervoll. Ich bringe meinem Sohn bei, dass die Bibel Unsinn ist und er wird zynisch. Ja, ich bin natürlich das Einzige, was großartig ist auf dieser Welt. Fang gar nicht erst an, religiös zu werden. So, also Byzanz dürfte da oben eigentlich recht gut durchrasieren. Die holen sich hier auch was in der Stadt zurück, derweil holen die eine andere. Müssen nur gucken, dass er den Krieg nicht gewinnt. Dann haben wir nämlich das. Dann ist der hier ein Förderer unserer Legende. Und dann können wir uns die Bretagne noch holen. Also ich finde soweit, wir müssen ihn jetzt hier nur retten. Ich glaube, wir kriegen ihn nicht gerettet. Ich glaube, er lässt sich erwischen. Aber wir rennen auch rein. und geben den Bayern auf die Mütze. Okay, er stellt sich hier zum Kampf. Da können wir vielleicht sogar noch reinkommen und diese Schlacht retten. Hat er denn einen guten Befehlshaber? Nee. Da gehe ich jetzt nicht, da gehe ich nicht rein. Die sollen sich erst mal bekriegen und ich hole hier irgendwas zurück und kämpfe danach gegen die Bayern. Also wäre ich eh nicht rechtzeitig hingekommen. Aber das müssten wir eigentlich schaffen können. Die haben viel weniger Kriegsvolk als die Wikinger und haben weniger Truppen. Das ist machbar. Maurice, ich gönne dir deinen Erfolg in letzter Zeit so sehr. Dankeschön. Das ist total lieb von dir. Also ich muss wirklich sagen, es lief schon gut in letzter Zeit. kann man absolut nicht abstreiten und es ist sehr schön. Vor allem es läuft für mich gut, aber es war auch sehr schön, dass auch Sachen gut laufen, die nicht für mich sind. Zum Beispiel der Spenden Stream neulich mit 25.000 gesammelt. Da war ich wirklich platt. Das war eigentlich mein größter Erfolg dieses Jahr bislang. Weil es auch ein völlig neuer Erfolg war. Ich weiß ja schon, dass ich erfolgreich YouTube Videos machen kann. Heißt nicht, dass ich es jedes Mal hinkriege. Nicht jedes Video von mir ist erfolgreich, aber ich weiß, dass ich kann. Und ich hatte es schon ein paar Mal. Aber sowas hatte ich noch nie. Und das war schon schön. Ha! Die Byzantiner haben unseren Krieg für uns gewonnen. Meine Tochter ist sprunghaft. Wir sind ein bisschen legitimiert worden durch all das. Wir haben hier ein ganzes Territorium erobert. Großartig. Die Byzantiner wollen, dass ich ihnen auch helfe. Schön. müssen erstmal diesen Krieg jetzt hier. Erstmal muss dieser Verbündeter jetzt gerettet werden. Liebe Byzantiner, danke für eure Dienste, aber erstmal das jetzt. So, meine Königin soll mal hier den nächsten Sohn unter ihre Fittiche nehmen und ich will die bayerische Armee vernichten. Müssen sie entscheidend auf dem Felde schlagen, um diesen Krieg wieder quasi ins Spiel zu bringen. Komm, die kriegen wir doch noch. Yes, das war gut. Richtig schön, nur die eine Hälfte ihrer Armee erwischt, die andere versucht noch reinzukommen, aber der Befehlshaber ist jetzt der schlechtere von beiden. Oh, das war richtig wertvoll. Das war richtig wertvoll. Sehr, sehr schön. Dann 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 lasst uns doch mal ins Feindesland gehen. Wir müssen glaube ich noch müssen sie noch einmal schlagen, weil unsere Verbündeten nicht stark genug sind, das für sich zu schaffen. Oder wir holen uns einfach ihre Hauptstadt und beschäftigen sie so. Ich werde nicht meine Frau betrügen, denn meine Frau ist meine Frau und damit die beste Frau der Welt. Deswegen habe ich sie ja auserwählt. In einer Nicht-Pracht-Hochzeit. Die Legende wird weiter gefördert. 200 schon. Wir schaffen das. jetzt sind wir auch ein Gelehrter. Hier oben werden unsere Verbündeten wieder platt gemacht, aber das kennen wir ja schon. Wir zwingen den Feind. Ja toll, dass der Söldnertrupp abläuft. Who cares? Die haben eh nichts gebracht. Nacht. So, wir zwingen einfach die Bayern unseren Verbündeten in Ruhe zu lassen, indem wir ihre Hauptstadt bedrohen. Franzien profitiert! Ja, wirklich! Noch eine Tochter. Leute, mir gehen die Namen aus. Was haben wir noch? Wir hatten jetzt Plattitude, Magnitude, Amplitude. Was geht noch? Es ist bemerkenswert, mit welch selbstloser Hingabe Maurice seinen Verbündeten unterstützt, um zu behindern, dass seine Geschichte beschmutzt wird. Ja, natürlich, das ist ja wichtig. Das ist ja das Wichtigste. Attitüde. Oh, das ist gut. Ihr habt so viele gute Ideen. Es wird immer besser. Das ist ja, ihr habt so gute Ideen. Ich bin begeistert, was für ein kreatives Publikum ich habe. Bayern wird Französisch. Ja. Wir kriegen immer mehr Förderer. Guckt euch das an. Am Ende brauchen wir die Verbündeten hier gar nicht mehr. Aber ich will es jetzt schon noch irgendwie aus Prinzip. Wird nicht annehmen 0%, weil er im Krieg kämpft. Herzog Garzia zweifelt an meiner Legende. Er hält zehn Jahre lang offener Verrat. Ja. Okay, ich kann ihm Gold schicken. Ne. So lange er im Krieg ist, wird er die Legende nicht fördern. Deswegen müssen wir diesen Krieg für ihn beenden. Das Festmahl von Graf Konrad. Ja, komm. Warum nicht? Wir haben Nürnberg erobert. Weiter geht's. Nach Regensburg. Ich meine, noch sind die Bayern. Wir können auf dem Festmahl unsere Legende verbreiten. Das ist ja fantastisch. Fantastisch. Wir schmeicheln uns bei allen ein. Das ist ja großartig. Mein Hofarzt und meine Karawanenführerin haben eine Affäre. Okay. Ja, soll mir recht sein. Wow. 25% Chance auf Legendenverbreitung. Geil. Herzog Hugo könnte auch die Legende fördern. Aber der ist nur in meinem Reich, ne? Macht macht der das nicht sogar schon? Ne, 25% Wahrscheinlichkeit finde ich besser. Dann kann sich das noch weiter verbreiten. Und ein Ratsmink ist wieder gestorben, wie es aussieht. Ne, schon wieder ersetzt worden. Graf Graf Konrad lobt mich nicht, sondern sich selbst. Ich werde mich daran erinnern. Schön. Aber die 25% Legendenverbreitungs Wahrscheinlichkeit finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, das hat sich gelohnt dadurch. Ich treffe einen Ritter, der in seine Rüstung gesperrt wurde. Taugt der was? 10, aber auch brillanter Stratege, okay. Komm, schließ dich uns an. Ja, wieder ein Waisenmann, der sich uns anschließen kann, ja. Der Typ, den wir entdeckt haben, ist schon wieder verloren gegangen. Inzwischen kommen bei dem Spiel, finde ich, etwas arg oft Einblendungen. Also, sie haben sich ja sehr auf Events konzentriert und es sind schon viele inzwischen. Also, ich kann nicht mal eine Stadt erobern ohne dass 20 Events reinploppen, die auch zum Teil halt relativ banal sind, so irgendein Charakter, den du nicht kennst. Wohingegen ich zum Beispiel hat, ich finde so größere Mechaniken wie dieses Legendenzeug, was auch einfach ein witziges Minispiel ist, das finde ich cool. Ich will die auf jeden Fall noch aufs nächste Level verbessern. Ich kann ein Buch Artefakt kaufen. Ich versuche zu verhandeln, dass es billiger wird, habe ich nicht geschafft. Tja. Darin waren Anweisungen für eine Praktik namens Bibliomantie, mit der man angeblich die Zukunft aus Textstellen in Büchern lesen kann. Die Versuchung ist zu groß. Ja. Die Angst tötet das Bewusstsein. Ein Feigling stirbt tausend kleine Tode, doch der Mutige stirbt nur einmal. Das muss ich weiter erforschen. Komm, 99% Chance. Schön. Ich habe mich meiner Angst bestellt. Sehr schön. Ich bin der größte weißeste Held aller Zeiten. So, ich glaube, als nächstes skillen wir ein bisschen auf Medizin und gegen Seuchen. Derweil fangen jetzt wohl auch die Wikinger an, meine Legende zu fördern. Schaut, wie sie sich überall verbreitet. Es wird immer besser. Mögen alle von meiner Glorie erfahren. Wer bist du denn jetzt? Bauernaufstand. Jetzt schlage ich den Bauernaufstand der Bayern nieder für sie, um selbst ihre Hauptstadt zu erobern. So macht man das doch, oder? Okay. Okay. Eines Abends ziehe ich mich in meine Gemächer zurück, erschöpft und müde von einem weiteren Tag voller Langeweile und Eintönigkeit. Als ich kurz vorm Einschlafen bin, weckt mich plötzlich das schrille Geräusch von Metall, das über Stein schabt. Ich schrecke hoch und sehe eine schattenhafte Gestalt am Rand meiner Bettstadt stehen und ihr zahniges Grinsen ist der einzige Teil, den ich deutlich erkennen kann. Ich kann mich nicht bewegen, sondern nur starren, als die Erscheinung mit einem Dolch in der Hand auf mich zukommt. Doch ich erwache jäh ein weiteres Mal. Die Mächte des Todes haben mich mit diesem Besuch mit ihrem Mal versehen. Ich fürchte, die Mächte des Todes werden mich schon bald holen. Ein Schicksal, das ich ändern muss. Suche nach Unsterblichkeit, was auch meine Legende verändert. Okay. Was steht da jetzt drin? Jetzt steht da drin, dass ich die Unsterblichkeit gesucht habe. Okay. Magnitude ist jetzt sprunghaft und eine religiöse Eiferin und Paranoid. Tolle Frau geworden. Fantastisch. Legendenförderer geht. Was? Weil er gestorben ist. Okay, das ist der einzige Grund, den ich akzeptiere. So, da kommen die Bayern zurück und sehen ihr Land in Flammen. Du kommst zurück. Was ist meine Bestimmung? Um mich herum ist alles dunkel. In der Ferne ist ein einsames Licht zu sehen. Instinktiv laufe ich durch diese Leere auf diesen einzelnen Lichtpunkt zu, bis mich eine einsame, ganz in weiß gekleidete Gestalt begrüßt, die genau wie eine ältere Fassung von mir selbst aussieht. Sie lächelte mich mit einer Wärme an, wie sie nur Väter schenken und lädt mich ein, mich neben sie zu setzen. In der Wärme ihrer Gegenwart schwelgend, fühle ich ein unerklärtes Glücksgefühl und Frieden. Wisst ihr, warum ich Sterbliche sterblich mache, Herr Maurice Le Magnifique? Das ist es, was euch von mir trennt. Ihr wisst, wie kostbar das Leben ist. Eure Ewigkeit im Jenseits wird kommen, aber für den Augenblick gibt es dort unten Menschen, die auf euch warten. Ich habe verstanden, endlich verstehe ich es. Nein, ich werde ewig leben. Dann kriege ich aber eine Existenzkrise, die meine Legende weniger verbreitungswürdig macht. Wenn ich dagegen meinen Frieden gemacht habe, wird sie weiter verbreitet. Aber ich glaube, der Charakter würde ewig leben wollen, oder? vor allem, ja, minus 25, wir haben ja auch plus 25 Prozent bekommen, ewig, ja, komm. Ja, komm. 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 Irgendein Typ bei uns macht komische religiöse Praktiken. In Askese leben. Nee. Wenn er in As, abgestattet leben will, kann er es woanders tun. Askese ist nichts für einen Mann meines Formats. So, jetzt hoffe ich mal, dass meine Verbündeten derweil ihre ganzen Sachen zurückerobert bekommen, während ich hier die Bayern gänzlich beschäftige. Und wir erobern hier mal weitere Ländereien von denen. Hauptstadt haben wir. Wir haben sogar die Gattin des Königs gefangen genommen. Ich begnadige mal noch meine Karawanenführerin. Ich setze dem treuesten von Westfranken wieder ein. Ich sollte mal neue Ritter einladen. Die Byzantiner haben ihren Krieg von sich aus gewonnen. Das sah ja auch ganz danach aus. So und jetzt müssen wir halt hier diesen Krieg mit den Bayern mal allmählich zu einem Ende führen. Wie gesagt, ich glaube, dass meine Verbündeten jetzt ihre Ruhe haben und da oben Schritt für Schritt zurückerobern können. Ist ganz gut. Ah, sie haben einen weißen Frieden gemacht. Und wir kriegen Prestige. Sehr gut. Dann können wir uns auflösen und du kannst jetzt gefälligst meine Legende verbreiten. Und Moment, eins nach dem anderen. Erstmal bitte. Yes, 72%. Komm. Und der Mann meiner Tochter ist jetzt byzantinischer Kaiser. Großartig. Also jetzt läuft's doch, Leute. Was? Ich hab grad deinen Krieg für dich gewonnen. Und du weigerst dich, meine Legende zu fördern? Kann ich irgendwie Exkommunikation, Mord oder sowas? Was ist meine Mordchance? 61%? Also das ist, das geht ja nun wirklich gar nicht. Also, also, ne, 56%, okay, das wird nicht, das ist ja, also, das ist, also, eine, das, wir sind verbündet. Ja, ich, ich hab deinen, ich hab deinen Titel gerade gerettet. Also, das, das, das kann ja wohl nicht sein. das, also, das, das merke ich mir, Junge, das, das ist, das ist ja wohl, also, also, das hab ich ja noch nie erlebt. Ich kann das auch nur einmal im Jahr machen. ich brauch dich gar nicht. Ich hab jetzt schon 280 der 300 Baronien, die ich brauche. Ich brauch dich überhaupt nicht. Du Schwein. Jetzt hol ich mir halt die Britannia stattdessen. Also. Okay. Ich wurde schon oft von anderen als Sonderling bezeichnet. Nein, nie im Leben. Ich habe einfach etwas an mir, was es für andere Schwierigkeiten macht, meine Verbindung zu mir aufzubauen. Oh Gott, das, das hit, hit's close to home. Ja, aber lass uns im Spiel bleiben. Ich kann mich nur schwer an meine frühe Kindheit erinnern, aber ich habe stets eine Verwandtschaft zu einem edlen Tier, dem Bären, gespürt. Fast so, wie man es wie seine Mutter oder seinen Vater empfinden würde. Wage ich zu behaupten, dass ich von einem Wildtier aufgezogen wurde? Ich meine, nee, das ist doch total barbarisch. Also, nee, ist ja Quatsch. Ich will einfach die Britannia mir jetzt holen und das soll doch in meine Chronik schreiben. Ah, ich könnte jetzt sogar einen Religionskrieg um die Britannia machen. Weil das sind, das habe ich gar nicht gesehen, weil das ja inzwischen Wikinger sind. Aber dann kommen die anderen vielleicht auch. Hat der Verbündete? Er greift auch gerade wen anders an. Ja, perfekt. So, ich möchte bitte jetzt das Alma, ich, also, ne, Lothringen. Du kommst jetzt gefälligst. Ach halt, mein Sohn ist gar nicht, also, der Sohn meines, also, der Typ meiner Tochter ist gar nicht Kaiser geworden, ist nur ein unabhängiger Herrscher und ein anderer ist jetzt, nee, er ist immer noch Erbe, okay. Komm, Byzanz auch. Und vielleicht mal auch ein bisschen noch das Kriegsvolk verbessern. Und noch ein paar mehr Vasallen anheuern, die Ritter sein können. Es ist einer. Okay, der ist auch noch okay. Und noch ein bisschen Kriegsvolk. Wir haben gemerkt, gegen die Wikinger reicht es nicht ganz, ne. Das Witzige ist, diese Legende ist halt so treuer im Unterhalt. Meine Tochter spielt ein Kapitel meiner Legende für ihre Freunde nach. Mir geht das Herz auf. Ich lasse sie weitermachen, Kinderlegende. Kinder spielen die Legende dieses Charakters nach. Ach, wie cool ist das denn? Okay. Also, König Lothar kommt wenigstens. Also, das werde ich dir so schnell nicht verzeihen mit der Legende, ganz ehrlich. Das ist einfach nicht okay. Also, das habe ich ja noch selten erlebt. Jetzt hören wir noch irgendwelche Basalen auf, die Legende zu fördern. Egal, wenn wir die Bretagne erobert haben, wird sie einfach dort verbreitet. jetzt müsst ihr da drüben nur vielleicht auch mal kommen, ne. Sag mal, du weißt schon, dass der Krieg hier ist, ne. König, König Lothar. du weißt schon, dass wir hier kämpfen, ja. Ich sag's nur, ne. Weiß nicht, was dein Plan ist. Konrad wäre ein wahrer Segen als Fürsprecher für meine Geschichte. Okay. Mein Blick schweift zu einem Artefakt, den Milchzahn meiner Tochter. Würde er sich von so einem Geschenk beeindrucken lassen? Meine Gunst sollte ausreichen. Das hat zu viel Zeit sogar die besten Chancen. Aber dann kriege ich aber auch ein Druckmittel, ne. Oder ich bezahle ihm einfach ein bisschen Geld. Ne. Meine Gunst sollte ausreichen, bitte. Jetzt fördert er sie auch. 292. Wir sind so, so close. So close. Kann noch irgendwer sie fördern. Wie ist mit dir? Ne. Okay. Du bist halt gerade im Krieg, ne. Wegen mir. Wir müssen jetzt einfach schnell die Bretagne erobern, Leute. Sie ist in der Bretagne schon verbreitet? Ja, nur zum Teil. Sie geht auch langsam hier so über die Grenzen. Sie ist auch in Spanien bald. Das wird schon, Leute. Das wird schon. In der Bretagne geht schon noch mehr. Wir brauchen ja nur noch acht Baronien. Das könnte genau der Rest der Bretagne vielleicht sein. Wir haben's. Exakt 300. Güte erhöhen. Die mythische Legendenqualität. Die höchste Instanz stattete König Maurice einen Besuch ab und er trotzte seinem Schöpfer. Schön. Okay. Geil. Ja, die Verbündeten irgendwie. Er hat seinen Sohn immerhin. Also. Was? Was? Will er jetzt erstmal nach Byzanz, um sich mit denen zusammenzuschließen oder was? Während Byzanz schon hier ist. Mein Sohn ist gefühllos geworden. Wir holen uns die Hauptstadt der Bretagne. Meine Legende verbreitet sich besser als jede Seuche. Ja. So, also Bretagne haben wir gleich. Das ist ja easy. Die Byzantiner machen jetzt die Armee da oben weg, während ich heldenhaft die wichtige Aufgabe übernehme, die unverteidigte Hauptstadt zu erobern. So, also witzigerweise, ne, diese, diese Legende bringt mir 50 plus 0,50 Bekanntheit im Monat, Bekanntheit plus 20 Prozent, alle Förderer kriegen vier Verwaltung und Bekanntheit und alle Baronien wo sie drin ist, da bin ich beliebter und die Entwicklung wächst schneller. Also die Verbreitung der Legende hat tatsächlich auch spielerische Vorteile. Aber ich muss sie auch mit sehr viel Geld unterhalten. Also in dem Fall, die ist wirklich teuer. Die kostet mir jetzt 8 Gold im Monat. Ich kann mir die Legende eigentlich nicht mehr leisten. So, also meine Tochter, die eine religiöse Eiferin, sprunghaft und paranoid ist und ist jetzt erwachsen geworden und ist ja die Frau des byzantinischen Erben und kann ihn jetzt heiraten. Ich bin sicher, da wird er sich freuen. Wobei, wie ist er denn so drauf? Er ist ehrgeizig, gerecht und treuherzig. Oh Gott, was für ein Paar. Ich mein, ich mein, da ist die Geschichte schreibt sich von selbst, oder? Er ist ehrgeizig, gerecht und treuherzig und hinter ihm steht eine Frau, die paranoid, sprunghaft und eine religiöse Eiferin ist. Da kann man sich vorstellen, was deren gemeinsame Historie ist, oder? Die Legende kann ich jetzt abschließen, genau, dann kriege ich Boni für den Abschluss, aber verliere, glaube ich, halt diese Boni, die ich dauerhaft bekomme. Also je länger man die aufrechterhält, zum Beispiel hier, meine Baronien entwickeln sich ja jetzt besser derweil. Aber irgendwann schließe ich sie dann ab. Und dann kriege ich halt einen Anspruch auf alle Titel im Kaiserreich. Weil ich's aufs höchste Level gebracht hab. Der Arme. Ja, schon ein bisschen, ne? Wisst ihr? Also jetzt kommt er. König Lothair. Jetzt kommt er und tut so, als hätte er auch was geleistet. Während die Wikinger hier durch unser Land marodieren, weil sie sich nicht trauen, uns durch unseren übermächtigen Armeen zu stellen, wir müssten eigentlich die Britannien gleich haben. Wenn ich hier die Hauptstadt habe, die holen auch noch eine Stadt. Das müsste eigentlich gleich schon gewonnen sein, oder? Zumindest relativ nah dran. Jawohl. So, dadurch haben wir jetzt nämlich auch Legitimität ein bisschen erhalten, oder gar nicht so viel. Warum kriege ich immer so wenig? Haben wir jetzt hier gerade ein ganzes Reich erobert. Okay, aber jetzt muss ich tatsächlich mal die Legende abschließen, glaube ich, weil sie einfach zu teuer geworden ist. Aber sie hat ja auch ihr Ziel erreicht. das Buch des Hauses Aprimont. Okay. Das ist ein schönes Bild. Und jetzt haben wir hier abgeschlossene Legenden. Ah, die immer noch meine Baronie und Grafschaft Modifikatoren auf alle, wo sie sich ausgebreitet hat, wirkt. Das ist cool. Das heißt, der Vorteil bleibt mir dauerhaft. Das ist witzig. Jetzt kann ich das Königreich konsolidieren. Das heißt, wie funktioniert das? Ihr könnt ein Königreich auswählen, das dauerhaft einer Dejure-Anpassung in euer Reich unterliegt. Königreich von Aquitanien habe ich jetzt bekommen. Okay, das war halt schon in, das hatte ich eh schon. Ah, das heißt aber, das wird jetzt aufgelöst und es geht alles in mein Westfranken Königreich über. Okay, ich kann ein Legenden Gebäude schaffen, den Legenden Palast. In Beaumont. Frage ist, wie viel kostet der jetzt? 1.500 gibt mir dann 10% Steuern, 5% Entwicklungszuwachs in dem Gebiet, 5% Komplot-Erfolgschance, 5% mehr Legitimität, mehr Meinung von Vasallen und mehr Steuern von Vasallen. Okay, das ist eher was fürs Late Game. Ich mache mal übrigens hier erhöhe, mal meine Lehnsautorität. Aber vor allem habe ich ja jetzt Ansprüche auf alles, oder? das war ja die Hauptbelohnung. Ja, ich habe jetzt Ansprüche auf jeden einzelnen Titel hier. Oh, Entschuldigung. Ich muss hier nur offensichtlich Schritt für Schritt erobern. Okay, das ist gar nicht so hilfreich. Also, ich habe halt Ansprüche jetzt auf alles im Kaiserreich Franzien bekommen. was die hier noch alle sind. Und könnte jetzt hier von Italien und von ihm hier Sachen holen. Nachdem er mich ja eh verraten hat. Quasi, als er meine Legende nicht verbreiten wollte. Und wir können ... ... ... ... Dachte ich? Ah, wenn wir mehr Geld hätten, könnte ich jetzt auch noch eine Legenden Chronik in Auftrag geben. Aber das Geld ist noch nicht da. So, ein bisschen eine kleine Seuche gibt es noch, aber das ist nicht unser Problem. Finger weg für Italien, Maurice. Also, warum? In Italien hat er leider gut verbündete. Also, 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 die, die Provence würde ich mir schon gerne holen. Aber Byzanz würde halt von der anderen Seite reinrollen. Die Frage ist, wem, wem treten die Ostfranken? Also, wem, wem tritt Lothringen bei uns oder ihm, weil wir sind mit beiden verbündet. Aber das wäre schon mal ein guter Schritt in Richtung Kaiserreich Franzien. Lasst uns das probieren. Lasst uns schnell König Lothair, ne, er will nicht. Kämpft nicht gegen Erben. Was ist damit gemeint? Ist das sein eigener Erbe? Okay, dann hilft er leider denen wohl. Dann halt Byzanz noch rein. Und wir kommen von hier. Also, das müsste ja eigentlich gut funktionieren. Wenn Byzanz da von der anderen Seite reinrollt, wird das ja für den ein Riesenproblem. Kann aber sein, weil wir ja auch mit Lothringen verbündet sind, dass die da nicht helfen, die Ostfranken helfen. Aber kann ich auch noch verbünden? Ich habe doch noch so viele Kinder. England! Wie wäre es mit dem Erben von England? England finde ich gut. Okay, ich sollte nicht selbst den Befehl führen, glaube ich. Dafür bin ich ja viel zu prächtig. Lass uns die Armee, glaube ich, eh mal zusammenschließen. Wo sind meine ganzen anderen Leute? Ich habe doch viel bessere Befehlshaber. So, England kommt auch. Schön. Hier, Herzog Bernhard, du sollst bitte anführen, du bist viel besser als die anderen. So, der wird jetzt da hochgehen. Das heißt, wir müssen uns hier zu seiner Hauptstadt vorkämpfen, um ihn daran zu hindern, bei uns blöd zu werden. Aber er müsste auch eh gut Stress bekommen, wenn Byzanz von der Seite kommt. Ich glaube, dann wird er nicht weit nach da oben kommen, weil er bei sich verteidigen muss. Maurice, kann ja auch mal progressiv sein, seine Kinder selbst entscheiden lassen, welche Personen sie heiraten wollen. Ich meine, Fun Fact, das ist halt einfach wirklich keine Mechanik in Crusader Kings 3. Ich glaube, du kannst gar nicht, also, die Kinder haben da, ich glaube, manchmal wird es Ereignisse geben, ja. Was willst du denn jetzt? Freiheitsfraktion. Lass mal gucken, ob wir die irgendwie beeinflusst kriegen. so, da kommt er auch, oh, mit 7000 Mann kommt er zurück, aber Bizanz ist gleich mit 4000 bei uns. Das wird interessant hier. Lasst mal gucken. Ja, also Bizanz müsste natürlich auch kommen, ne? Eigentlich sollten wir sie hier abfangen. Das ist ja schon mal durchgegangen, wird Leute verlieren. Gut, Zanz holt sich hier eine Stadt. England ist hier auch auf dem Weg. Wenn ich mich recht erinnere, können Kinder und selbst wenn ich einen Ehepartner suchen, wenn diese einen Titel mit einer Abonnie halten. Genau, also wenn sie wirklich Charaktere sind, also auch auf der Map, aber einfach eine 18-Jährige an deinem Hof, ich weiß nicht, ob es ab und an Events gibt, dass sie dann irgendeine Affäre mit einem Höfling hat. Ich glaube, ein bisschen was gibt es da, aber es ist nicht so, dass die von sich aus sonst so viel Aktivität zeigen. jetzt, wo wir die Legende nicht mehr haben, haben wir immerhin auch genug Geld für unsere Armeen. So, Bizzanz holt sich jetzt hier zum Glück auch gleich eine Stadt. Wir werden immer gebildeter. So, ich würde schon gucken, ob wir heute noch Kaiser von Franzien werden. Das wäre dann auch direkt die nächste Legendensaat. So, die kommen jetzt von hier. Eigentlich, wenn sie über diese Brücke gehen, haben sie einen Nachteil, wenn sie uns hier angreifen, oder? Jetzt kommen hier die Engländer auch noch dazu. Aber sie kommen gar nicht hierher. Aber das heißt, wir können jetzt weiter nach zu ihnen schreiten. Was ja auch super ist. Weil hier ist ihre Hauptstadt. Da kommen wir gut hin. Und wenn Maurice nicht die Ehe arrangiert hätte, wäre es nicht zu der wundervollen Liebesgeschichte mit dem banzantinischen Erben? Ja, eben. Also, ich finde doch, also, bitte, meine Kinder, wo bringe ich sie alle unter? Königin von Byzanz, Königin von England. Also, ich meine, ich muss ja wohl wirklich sagen, okay, die Ostfranken belagern uns jetzt irgendwo da oben. Wo genau? Ach, hier, das sind die, ach, das sind die, ich dachte, da kommt noch eine andere Armee, das sind schon alle, okay. so, jetzt haben wir das hier auch gleich noch geholt und dann müssen wir da auch hingehen und die hier schnappen, oder? Das müsste doch gehen, wenn die uns folgen, wenn sie uns folgen, das weißt du ja nie vorher. ja, so, kommt hier? Ich glaube, sie kommen nicht, das ist ein bisschen das Problem. Ja, das Problem mit Verbündeten und so immer, ne? Während die jetzt hier unsere Städte erobern. Maurice wird erwachsen und er ist nicht vermählt. Was passiert, wenn ich jetzt hier einen Angriffsbefehl gebe? Folgen die mir dann? Kommen die jetzt oder nicht? Ja, sie kommen. Gut. Dann wartet man noch kurz, bis sie da sind. Okay. Sie sind jetzt da, wenn ich da jetzt reingehe? Ja, gut. Das ist halt immer so schwierig, man kann sich nicht immer 100% auf diese KI-Armeen verlassen, aber in dem Fall schon. So, jetzt kommen die anderen auch. Ein neuer Sohn, Maurice der Vierte. Bei denen müssen wir nicht so kreativ sein, wie bei den Töchtern. Komm, wir fangen den hier noch ab, das ist fantastisch. Ja, das wird gut, 32 gegen 16 Befehlshaber-Punkte. Wir haben mehr Leute, wir haben den abgefangen. Das wird ein glorreicher Sieg. Er will einen weißen Frieden, ey, das kannst du dir sonst wohin stecken. Jetzt kommt da noch einer rein, lässt sich abmurksen, das wird ja immer besser hier. Ja, komm ruhig her, geh noch rein, komm, du kommst genau recht. Der Nächste, ja, du armes Schwein, Graf Alberico, der stinkende. Ich gebe meinen Kindern immer Land, damit die sich frei ihren Partner aussuchen können. Das ist sehr edel von dir. Kommst du weit oder, also ich meine, da geht doch jedes Land zugrunde, wenn man den Leuten so viel Autonomie gibt. Okay, das war fantastisch. Weiter erobern. So, unser Sohn sollte auf jeden Fall irgendwen heiraten. Vielleicht noch eine Prinzessin von England, die auch noch intelligent ist, warum nicht? Dann ist das Bündnis doppelt besiegelt. So, also nach ein paar Fauxpas am Anfang würde ich doch sagen, sind wir jetzt ein sehr glorreicher Charakter geworden. Ich meine, was für ein Held. der wird jetzt gleich Kaiser. Seine Legende halt weit durchs Land. Muss zugeben, als König ist es halt relativ leicht, so eine mythische Legende zu bekommen. Wenn du erst mal noch Herzog bist oder so, ich glaube, das ist wahrscheinlich schwerer, wenn die alle noch nicht eh deine Untertanen sind. Die hatten halt alle Bock, die Legende zu fördern. Wenn sie das nicht gemacht hätten und ich jeden mehrere Charaktere überzeugen hätte müssen, wäre schon schwieriger geworden. So, das hat Byzanz schon erobert hier, dann holen wir ist das da. So, es gibt Sachen am Königshof. Da spricht mich einer unziemlich an und weiß nicht, dass ich der König bin. Ich werde ein Exempel an ihm statuieren. Oder verbreitet die Kunde sich ein Gegend aus. Nee, das kostet mich Gold. Ein Exempel, ja, das klingt gut. In meiner Hauptstadt stinkt es. Wir kümmern uns darum. Das darf nicht sein, das geht auf meine Ehre. Ja, wie macht ihr das mit euren Kindern? Wie handhabt ihr sie? Gibt es hier noch noble Helden, die den Kindern volle Freiheit lassen? Oder pfeift ihr drauf? Okay, allmählich brauchen wir auch mehr Katapulte. Denn denn der Krieg fordert seinen Tribut. Jetzt sind 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 wir endlich mal richtig schön legitimiert. Schaut mal. Ähm. Das heißt, wir brauchen auch weniger Grafschaften, um einen Titel zu erschaffen. Das ist ja cool. Wir wollen ja einen Titel erschaffen. Wir wollen noch etwas legitimer werden, vielleicht. Ich verstehe bei Grusette kriegst nie, was so richtig abgeht. Kann ich mir jetzt sagen, ob es gut läuft. Ähm, es läuft sehr gut. Schau, das bin ich. Machen wir, wir machen es ganz einfach. Das Blaue bin ich. Das da ist der Feind. Hier ist die Kriegswertung. 48 Prozent für mich. Meine, meine Verbündeten aus Byzanz und England sind viel mächtiger als seine komischen Ostfranken, die er sich da irgendwie hergeschachert hat. Und, und, ähm, wir vernichten sie alle. Und ein Ratsmitglied ist gestorben. Oh, das ist ein richtig guter Rats. Spitzel 25. Das Kind erziehen. Äh, ich finde es inzwischen dann nicht mehr so wichtig, diese hintersten Kinder noch zu erziehen, ne. Aber, durchaus was dran. Die baskischen Pocken. Ruf den Arzt. Ja. Wir haben doch einen Hofarzt. Exzentrische Praktiken. Komm, das hat bislang immer funktioniert. Das hat bislang immer funktioniert. Also, irgendwie ist unser Königspaar auch sehr viril. Und der Arzt hat die, also, das wird von der Erbteilung her irgendwann echt ein Problem. Wir haben jetzt vier Morises schon. Die gemeinsam erben werden. Das wird irgendwann ein Problem. Oh, wir müssen mal diese Armee hier aufteilen. Die verliert nämlich gerade viel durch mangelnde Versorgung. Aber eigentlich gibt es, glaube ich, eine Lösung. Lass uns mal diese Schlacht hier noch gewinnen. Und dann, ähm... Meine Armee ist da oben. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ähm... Die müssen sich... Wir machen jetzt hier trotzdem erstmal... Wir sind halt so in der Überzahl, dass es gerade gar nicht so wichtig ist. Aber ja, jetzt sollte sie sich gleich ein bisschen, äh... Regenerieren. Absolut. So. Dann müssen wir das hier noch zurückerobern. Das geht ja schnell. Äh, genau. Was ich eigentlich machen wollte... Wenn ich die Grenzen der Karolinger wiederherstelle... Dann erhalte ich den... Erhalte ich Primogenitur. Also... Brauchen wir auch. Aber jetzt ist Maurice der Fünfte geboren. Aber... Wenn wir das schaffen... Mit dem Titel Franzien... Dann erbt nur der Erstgeborene. Und wir sind erst 41. Das... Das kann schon sein. Die Leute geißeln sich selbst, um die Seuche zu bekämpfen. Das ist pervers! Das ist pervers! Ich bin mir sicher, dass wir niemandem anderen... Nein, es ist pervers. Es ist pervers. Meine Freunde haben eine Überraschungsfeier für mich. Und das größte Geschenk nehme ich natürlich. Das Schwert von König Maurice. Okay. Ja, gönnen wir uns. Wir verteilen Münzen, die von meinen Händen berührt wurden, um die Kranken zu heilen. Ganz tolle Idee. So, hier ist eine Versorgungsschwelle, wo die Armee rein kann. Um sich ein bisschen aufzuladen. So, hierbei könnt ihr doch vielleicht schon mal die Leute hier platt machen. Ja, sehr gut. Gute Verbündete haben wir da. Die machen was für sich, während wir essen und Vorräte sammeln. Also, ich glaube, wie gesagt, Franzien werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Also, Franzien schon, aber nicht die Karolinger. Ähm, wenn wir die... Oh Gott, da kommt auch noch eine Seuche. Schön. Schön. Äh, oh, die ist... Uh. Die... Ah! Die Alfred-Grippe. Na, das wird schon alles. Das wird schon alles. Ähm, also wenn wir, wie gesagt, wenn wir die Karolinger-Grenzen noch zu diesen Lebzeiten schaffen würden, was eigentlich machbar ist... Dann zerfällt unser Reich nicht, wobei, wenn wir den Kaisertitel machen, dann müsste eigentlich ja sowieso der Erstgeborene den Kaisertitel bekommen und kann alles andere wieder für sich beanspruchen. Also, den Kaisertitel brauchen wir auf jeden Fall und idealerweise würden wir dann noch das Karolinger-Reich wieder herstellen und die anderen da oben auch alle erobern. Das wäre nochmal eine bisschen größere Aufgabe. Ähm, aber jetzt erstmal Franzien. Dann sind wir, glaube ich, schon ganz gut dabei. So, den Krieg haben wir auch gleich, 93%. Genau, ich wollte, ja, das, äh, also eigentlich Kaisertitel reicht, aber natürlich wäre noch besser das Großreich, ne? So, ich glaube, wir müssen die Küsten karantinieren, weil, schaut euch das mal an hier. Ist ja, ist ja, oh Gott, ist ja schrecklich. Der tolle Ratsspitzel von vorher ist direkt wieder gestorben. Gandalfr, wisst ihr noch, ist ein super Ratsspitzel offensichtlich, 18. Aber Graf Sumalidi ist noch besser. So, sobald meine, meine Kameraden hier diese beiden Städte erobern, haben wir erneut gesiegt, ohne dass ich irgendwas tun musste. Großartig. Oder wissen wir, das habe ich ja auch getan. Findest du ein bisschen schade, dass unsere Legende halt so, so einen komischen Starttext hatte, ne? Die fleischgewordene Legende, das ist irgendein Platzhalter. Ich glaube, weil unsere Legende nicht auf irgendeiner Tat beruht hat, was viel über uns sagt, so einfach aus diesem Dynastie-Skilltree gekommen ist. Ich glaube, deswegen war der Start so komisch. So, aber jetzt haben wir immerhin die Provence. Das hat uns auch schön Legitimität gebracht. Jetzt sind wir fast auf Stufe 5. Kaiserreich von Franzien. Wir brauchen nur noch 850 Gold. So, der hier sollte jetzt vielleicht die Provence bekommen. Der ist da ja eh. Finde ich den. Warte mal. Muss ich das andersrum machen. So, mein weiterer Sohn kann auch heiraten. Grafschaft von Kassel. Das ist jetzt nicht gerade das Bündnis, das ich mir erwarte. Okay, für dich gibt es noch keine ausreichend ansprechbare Partnerin. Wir warten mal noch ab mit dir. So, wie kriegen wir jetzt noch Geld? Wir können den Papst angraben. Nochmal. Weil Frömmigkeit haben wir ja genug. Meine Tochter hat Geld gefunden. Schön. Jetzt können wir eine neue Legende beginnen. Jetzt können wir die Erben des Karls des Großen Legende beginnen. Bündnis ausgelaufen. Oh, der byzantinische Kaiser ist gestorben. Hat denn sein Sohn geerbt? Hat mein... Ja. Schaut. Schaut, meine Tochter ist byzantinische Kaiserin. Ist das nicht perfekt? Es ist alles nach Plan verlaufen. Bitte spielst du das Spiel nicht mehr in der Game of Thrones Mod, weil der neue DLC da ist. Das ist jetzt für heute, finde ich, der relevante Punkt. Aber... Die Game of Thrones Mod haben wir auch schon gespielt. Die ist auch ziemlich geil. Also brauchen sie nur noch 800 Gold. Und dann... So, hier sehen wir nochmal die Seuchen. Es gibt keine Seuchen bei mir im Reich. Sehr schön. Das sind alles noch... Wir haben alles bislang nur kleine Seuchen gesehen. Es gibt auch apokalyptische Seuchen. Das ist dann die Pest zum Beispiel, die irgendwann, glaube ich, automatisch garantiert kommt. Also die Pest ist so ein Late-Game-Apokalypse-Ereignis, das dich nochmal rausfordern wird. Ich freue mich, am Ende des Jahres wird Byzant... Ich auch. Ich auch. Dass das nächste große Add-On ein Byzant-Add-On wird, finde ich so schön. Das ist einfach so schön. Der will, dass ich ein Buch für Geld kaufe. Ne, ich brauche doch jetzt, wie gesagt, Gold für... Für das Kaiserreich. Wie kann ich denn schneller Gold bekommen? Was sind noch Wege, wie ich Gold bekommen könnte? Im Bildungsbaum gibt es, glaube ich, nicht unbedingt was, oder? König Lothair will, dass wir ihm helfen. Ja, ich behaupte natürlich, wir helfen dir, aber ganz ehrlich, nee. Ganz ehrlich, nachdem du vorher meine Legende nicht fördern wolltest, bin ich absolut nicht geneigt, dir nochmal zu helfen. So, ich habe den Papst etwas beeinflusst. Jetzt können wir ihm Geld bitten. Yes. Yes. Da haben wir das Geld. König Louis von Italien will der rechtmäßige König von Westfranken sein. Also, ich habe doch gerade dich besiegt. So, der byzantinische Kaiser sucht nach Hilfe. Das ist natürlich eher in unserem Interesse, weil der hat uns auch geholfen. Das ist ein anständiger Typ. Aber ich habe gerade noch kurz ein Kaiserreich zu gründen. So, gleich, 850. Einen Monat noch. Jetzt. Was? Und direkt ist König Louis gestorben, nachdem er mir gerade die Rivalität erklärt hat. Ja, ist schön. Blöd für dich. Dafür bin ich jetzt Rivalin mit seiner Frau. Ja, soll mir sein. Soll mir recht sein. So. Ne, und jetzt haben wir hier das Kaiserreich von Franzien. Fantastisch. So. Könnten als nächstes die nächste Legende beginnen. Nämlich die Erben von Karl dem Großen. Man sieht tatsächlich, meine Legende gerät wieder ein bisschen in Vergessenheit. Also, das nimmt irgendwann wieder ab, leider. Weil die Leute es vergessen, wie glorreich ich war. Obwohl ich noch lebe. Das ist eine Unverschämtheit. Ich bin Kaiser. Könnt ihr es wagen. Ähm. Wie sieht es denn in diesem byzantinischen Krieg aus? Müssen wir da überhaupt noch eingreifen? Oh ja. Okay. Das müssen wir jetzt schon noch retten. Das ist ja... Das ist ja meine Sippe, die da, ne, kämpft. Jetzt habe ich den Papst nicht mehr beeinflussen können. Aber das eine vorher hat schon gereicht. Jetzt haben wir auch einen richtig guten Befehlshaber hier. Wir haben eine Hausfäde. Mit Königin Ermengarde. Okay. Ah, und jetzt können hier... Meine Tochter kann heiraten. Ich kriege das nächste Vermächtnis. Gewährt Zugriff durch den... Auf den Kriegsgrund Ahnenanspruch. Auf alle Ansprüche, eine legitimierende Legende. Okay. Ich hätte jetzt auch noch heiliger werden können als nächstes, wenn ich eine mythische Legende abschließe. Okay. Das heißt, ich kann... Dann mit solchen Legenden auch neue Ansprüche schaffen. So, lasst uns einfach direkt hier landen und die erobern. Zählt das denn jetzt schon? Welche Ansprüche habe ich denn? Ich glaube, durch die habe ich keine bekommen. Aber durch die Erben Karls des Großen könnte ich vielleicht eine bekommen. Ich weiß nicht, wie die genau funktioniert. Auf diese anderen Reiche. So, jetzt müssen wir aber erst mal noch Byzanz retten. Die haben uns so viel geholfen im Gegensatz. Weißt du, die da oben? Lothair? Der kann von mir aus untergehen. Ganz ehrlich. Der ist mir komplett egal. Aber... Aber Byzanz war ja wirklich für uns am Start. Deswegen... Und da herrscht jetzt auch meine Familie mit. Deswegen ist das wichtig. Hier. Okay, es sieht aber nicht so gut aus. Oh, die Hauptstadt wird mit 10.000 Leuten... Wo sind deine Armeen? Wo ist denn die byzantinische Armee? Da, mit 4.000. Was macht ihr falsch? Das ist nicht gut. Aber wir kriegen die Stadt derweil hier. Vielleicht nehmen wir irgendwen wichtiges Gefangenen. Während die sich das hier holen. Ja, suboptimal. Ja, Byzanz ist halt auch immer so ein Wespennest natürlich. Da sind die Erbfolgekriege oft richtig schlimm. Okay. Das war jetzt gar nicht so wertvoll. Was? Maurice, der Zweite, der Fürst der Mode, wurde ermordet. In zarten Alter. Was? Das war meine eigene Schwägerin. Die im Folge dieser Hausfäde... ...meinen Sohn ermordet hat. Also, das ist ja wirklich hier... Das ist die Schwester meiner Frau! Die hier unseren gemeinsamen Sohn... Also, das ist ja... ...meine Frau wird mir helfen, das zu überstehen! Das ist ja... Carling schlägt zu! In dieser Fäde! Das wird ja immer schlimmer! Also, wir müssen jetzt erstmal hier auch in Byzanz weitermachen. Lasst uns mal als nächstes diese Hauptstadt hier holen. Das ist ja... Es wird ja immer schlimmer. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ich hätte jetzt einfach vorher aufhören sollen. Ich hätte einfach vorher, als es gerade gut lief, aufhören sollen, glaube ich. Jetzt zerbricht hier alles. So was kommt in den besten Familien vor. Ich... Okay, König Lothair will, dass ich ihm immer noch helfe. Ich werde umgehend helfen. Ja, ja. Komm, du hast eh gleich gewonnen. Dann muss ich auch nichts machen. Was... Was kann ich derweil hier mit dieser... ...mit dieser Fäde machen? Jemanden ermorden. Wie wär's? Da treten auch direkt Leute bei. Okay, leider will niemand sonst beitreten. 38 von ist leider nicht super. Aber es wäre lustig, wenn das klappt. Der erste Satz, den ich wieder höre, ich hätte aufhören sollen. Jetzt zerbricht hier alles. Ja, es ist... Es ist ein Problem. Diese byzantinischen Rebellen, ich glaube, denen komme ich nicht bei. Weil selbst wenn wir uns zusammenschließen, sind wir schwächer. Na, er kämpft hier so ein bisschen, holt sich Hauptstädte. Aber sie haben auch seine Hauptstadt. Jetzt kommen sie da, um ihn zu holen. Ich hole mir zwar hier die Hauptstadt. Und die Fäde läuft nicht. Okay, hm. Also das Mordkomplott ist immerhin... Hier, 57%. Nein, jetzt lassen die sich hier in eine blöde Schlacht verwickeln. Mist. Okay, die KI setzt diesen Byzantiner Krieg leider in den Sand. Ja, also ich war... Ich war ja so nah... Ich bin ja so schnell gekommen, wie es ging. Und hab da noch direkt in der Hauptstadt angegriffen. Aber der war halt auf der anderen Seite. Und hatte weniger Leute. Wenn der sich noch ein bisschen schafft, sich zu regenerieren und so. Und wir vielleicht uns hier vereinen können. Wenn er auf meine Seite kommt. Und wir dann... Über die Seite Konstantinopel holen können. Vielleicht... Ne, während ich hier deren Hauptstädte hole. Potenziell... Aber er hat jetzt zu wenige Truppen. Und ich hab auch nicht genug. Ich mein, deren Truppen gehen auch runter. Aber nicht schnell genug. Und ich tue auch nur... Den Verfall des Kriegsscores verlangsamen. Der andere hat zum Glück seinen Krieg einfach gewonnen. Und niemand fragt sich, warum ich nichts gemacht habe. Was ist mit dieser Seuche los, Leute? Die Velaischen Schweren. Okay, es geht noch. Gut, wenn er sich ein bisschen regenerieren würde. Und die weiter Truppen verlieren. Ist das schon alles noch... Vielleicht machbar? Da will jemand miesst weggeworfen werden für den Sohn vorhin. Ja, also das war ja wirklich... Aber auch interessant. Dass da wirklich sich eine Familienfäde entspinnt. Weil ich deren Reich angegriffen habe. Ist auch ein cooles Feature. Ich habe halt nur eigentlich gerade keinen Kopf für diese Fäde. Weil ich meine Familie davor beschützen muss, hier unter zu gehen. Das ist das Problem. Lass uns doch einfach alle Frieden haben. Irgendwann habe ich jetzt einen gesunden Körper. Das heißt, die Seuche wird mich nicht so holen. Meine Frau ist nicht begeistert, wie viel Zeit ich mit Büchern verbringe und will, dass ich zu ihr ins Bett schaue. Wow. Hau da ab. Lass dich jetzt bitte nicht erwischen da oben. Ich kann dir da nicht helfen, wenn du dich da jetzt kriegen lässt. Aber ich glaube, er lässt sich kriegen. Ja. Ja, die KI spielt leider auch manchmal echt nicht so geil. Ich habe von eurem Streit mit Ermengarde gehört. Dieser höchst verachtenswerten, scheußlichen Ausrede für eine Frau. Angesichts des Gemeinschaftsbetrissen bin ich sicher, dass wir gut unter den Auskommen. Ja, ja. Ich komme einer Person durch meinen geteilten Hass auf Ermengarde näher. Schön. So, wir haben das hier gekriegt. Jetzt können wir mal gucken, ob wir diese Hauptstadt noch holen. Aber wie gesagt, wir erreichen hier nicht wirklich irgendwas, leider. Nein, der mystische Hofarzt ist gestorben. Die haben immer noch 10.000. Das kriegen wir nicht besiegt. Das ist jetzt für uns keine schlimme Bedrohung, ne? Ähm. Aber es ist halt doch ein Bündnis, das uns wegbricht, wenn unsere Familie in Byzanz abgesetzt wird. Ich eier hier halt durch ihre Hauptstädte. Okay, 58 Prozent, dass wir Ärmentrude ermorden. Ha! Es hat funktioniert! Verdammt, aber der Diener, der sie ermordet hat, wurde von Schuldgefühlen übermannt. Okay, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. War das die, die meine, ähm... Die mein Sohn ermordet hat, eigentlich. Nee, das ist eine andere. Oder? War sie das? Doch, sie war das, oder? Wo sehe ich denn das nochmal? Ich glaube, es war eine andere, oder? Jetzt warte mal. Ähm. War sie das, oder war das wer anders? Nee, die war das. Rotride Carling, die muss auch noch weg. Das ist erst der Anfang. Danach ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Mit Schulden kämpft die Armee schlecht. Naja, wir sind ja aber im Plus. Deswegen, äh... Das geht schon. Und... Verdammt. Der Prinz von England, mit dem ich mich eigentlich, ähm... Mit England verbinden wollte, ist auch gestorben. Es wird immer blöder hier. Aber das Gefühl, der verliert langsam Truppen in seiner Armee, weil die unter der Versorgungsschwelle ist. Kann das sein? Vielleicht kriegen wir ihn irgendwann noch. Und der andere sich regelmäßig regeneriert und wir hier mit den Hauptstädten irgendwie hinkriegen, den Kriegsscore einigermaßen zu halten. Aber leider kontrollieren sie halt das Kriegsziel. Und Konstantinopel können wir uns nicht zurückholen, solange die da rumeiern. Ah, es ist alles schwierig. Niederlage! Nein! Oh, aber es ist... Es war gar kein... Es war gar kein Absetzungskrieg. Also unser Sohn sitzt, glaube ich... Also, was heißt, unsere Tochter ist eingekerkert. Unser Schwiegersohn sitzt sehr wackelig auf dem Thron. Aber er ist noch an der Macht. Wir sind Kaiser von Franzien. Wir nehmen jetzt noch Rache für unseren Sohn. Und ich glaube, dann haben wir doch für heute viel geschafft. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir können noch ein bisschen Lösegeld hier nehmen. Das ist doch hier... Zwei Master auf Knotterschützen. Das ist auch noch ein guter Punkt. Mach das mal. Was sehen denn die Chancen? Ja, 90 Prozent. Die ist Geschichte. Ich raff dieses Spiel nicht. Es sieht großartig aus. Ich bin dafür einfach zu dumm. Äh, sagt sowas nicht. Crusader Kings ist nicht so hart, wie es aussieht. Weil du kannst ja auch mit einem... Mit einfach nur einem ganz kleinen Fürsten anfangen. Du kannst auch ohne die ganzen DLCs anfangen. Dann gibt es auch weniger Mechaniken. Es ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Tatsächlich. Also, ich glaube, manche Leute überschätzen das Spiel. Es ist natürlich was anderes, wenn du hier einem Streamer zuschaust, der ist relativ schnell... Ihr merkt ja, ich check auch noch nicht alles immer. Ähm, weil manche der Mechaniken jetzt neu sind. Aber, ähm... Aber es ist... Es ist nicht so ein Monster der Unzugänglichkeit, wie man denkt. Es hat auch sehr gute Tooltipps, ne? Äh, ihr könnt halt... Alles hier wird euch angezeigt, wenn ihr drüber geht. Lasst euch nicht täuschen davon, dass ich halt hier teilweise sehr schnell durch Sachen durchgehe, weil ich viele Events und Mechaniken auch schon kenne. Ähm, also ich würde tatsächlich sagen, es ist ein sogar vergleichsweise zugängliches Grand-Strategy-Game. Witzigerweise, ähm, eher die Sachen, die man nicht so kapiert, sind Sachen, die... eh schwierig sind, sich zu merken, die doch nicht immer alle im Kopf haben mussten. Nämlich, okay, wenn ich mit der Frau verheiratet bin und sie stirbt, aber ihre Schwester ist mit meinem Sohn verlobt, wer erbt dann? Und so Zeugs. Solche Geschichten. Da hab ich auch nicht immer alles im Kopf. Aber das ist dann auch oft... Wie das halt in der Situation... Das musst du auch nicht alles auswendig wissen. So, also jetzt ist die Frage. Kriegen wir die? Ha! Wir haben sie erwischt. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Wir erhalten formidable Familie. Ne? Wir haben einen Ruf, dass wir Kränkungen nicht leichtfertig hinnehmen, weil wir die Fede gewonnen haben. Auch eine witzige Mechanik, so eine Hausfede. Find ich cool. Ja, okay. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Wir sind Kaiser von Franzien. Unsere Tochter ist Kaiserin von Byzanz. Vielleicht grad ein bisschen eingekerkert, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Äh... Wir sind nicht mehr... ...mit England. Aber wir können ihm ja Prinzessin Plattitüde geben. ...dem neuen Prinzen von England. Ja, also unser Bündnisnetz ist weiter sicher. Also wir haben eine große Legende geschmiedet. Wir könnten als nächstes die Erben von Karl dem Großen hier noch, äh... machen. Ich finde, wir haben viel erreicht für einen Tag. So. Wenn ihr ein ähnlich großes Legendenwerk vollbringen wollt, findet ihr den Link, äh, zum Spiel im Chat mit ausreichend Crusader Kings 3, aber er ist auch gerade durchgelaufen. Äh, dieser Stream, nochmal vielen Dank dafür. War eine Kooperation mit Paradox. Das sei an der Stelle nochmal ordnungsgemäß disclosed. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch ab und an mal bei Maurice Weber auf Twitch vorbeischaut. Da streame ich regelmäßig. Strategiespiele wie dieses. Diese Woche zum Beispiel wird es Dune Spice Wars geben, wo passend zum Film ein neues Volk rauskommt. Und am Sonntag auch nochmal ein neues Crusader Kings 3 Multiplayer Event, wo wir mit anderen Spielern um diese Legenden wettstreiten werden. Ich bin sicher, allen, denen das hier gefallen hat, oder auch wenn ihr es später als VOD schaut, wird das ebenfalls zusagen. Ansonsten, ja, äh, kurzes Fazit, ähm, ich finde die Legenden-Mechanik erstmal sehr witzig, weil sie dir ein neues Ziel gibt, eine neue Sache, auf die du hinarbeiten kannst. Man merkt weiter den Fokus von Crusader Kings 3 als ein charakterbasiertes Rollenspiel-Strategiespiel und weniger ein Hardcore-Grand-Strategy-Strategiespiel. Was auch Grand-Strategy-Strategiespiel, ja, da ist eh Strategie schon drin. Aber die eine Sache, die ich finde, dass das Spiel leider über Zeit als Schwäche entwickelt hat, es sind ein bisschen zu viele Events jetzt geworden. Und das macht es auch zum Teil zum Streamen ein bisschen anstrengend. Weil du entweder, also ich fühle mich immer blöd, wenn ich da Sachen einfach wegklicke, weil ich sie schon kenne, aber wenn ich das alles vorlesen würde, obwohl es teilweise gar nicht so relevant ist, wäre das dann besser für euch? Ich glaube, manche Streamer machen das, andere vielleicht nicht. Da tue ich mich ein bisschen schwer damit. Ich habe mich dann immer entschieden zu versuchen, nur die relevanten Sachen vorzulesen und somit die Story des Streams voranzutreiben. Aber ich finde, zum Teil ist es ein bisschen viel geworden an Events, die auch gar nicht so wichtig sind. Und ich finde, es könnte sich ein bisschen mehr auf die wichtigeren Sachen konzentrieren. Es gibt immer noch eben sehr viele coole Sachen. Und sie bauen schöne Sachen dazu, interessante Mechaniken. Das Ringen, die Legenden jetzt, die man ja auch noch auf verschiedene Weise erreichen kann. Ich habe jetzt den relativ einfachen Weg gewählt, weil ich auch in einem Stream das mal zeigen wollte. Aber es war schön, mal wieder Crusader Kings 3 zu spielen und zu streamen, auf jeden Fall. Es ist eigentlich zu lange her. Jetzt war mal wieder ein guter Anlass. Es kommt eine größere neue Erweiterung raus. Milvus hat mich gefreut, dass es dich gefreut hat. Ja. Zum Zuwanderen war es ja unterhaltsam für mich als Zuschauer. Das freut mich. Dann habe ich alles richtig gemacht. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle Adios. Vielen Dank fürs Zuschauen. Spätestens, es geht Mittwoch weiter. Mittwoch 18 Uhr auf Twitch mit Dune Spice Wars. Ich hoffe, ihr schaut vorbei. Und wenn nicht, ist auch okay. Dann sehen wir uns auf YouTube im nächsten Video. Denn das wird es ja auch weiterhin geben. So. Damit sage ich Adios.